Ladies in Germany, heute geht's ab. Junge, Junge, Sommerhaus der Stars, Folge Nr. 1. Ihr wundert euch bestimmt, was soll das? Das ist alles viel zu spät, weil es kommt die Alte mir damit jetzt erst um die Ecke. Ich bin enttäuscht, ich bin sehr enttäuscht, sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Ihr wisst, ich habe einen sehr straffen Produktionsplan sowieso schon mit Ayuso One und Princess Charming. Deswegen, ich bin ehrlich mit euch, Sommerhaus der Stars passt da 0% rein. Also ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Aber ich habe die erste Folge gesehen und dachte, dafür schlägt doch mein Trash-Herz. Das ist es doch, genau das ist es doch. Digger, Liebe, Liebe, Bruder, Liebe, Mann. Und auch die Leute, die da mitmachen, sind für uns alte Bekannte. Also es ist wirklich ein Perfect Match und deswegen bin ich total hin und her gerissen, wie das hier alles weitergehen soll. Also die erste Folge nehmen wir jetzt mal mit, schauen, was wird. Was wird? Was wird? Und, aber ich weiß wieso, es wird schon geil. Aber ich glaube, wenn wir das hier wirklich durchziehen wollen, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass die Folgen eben nicht so pünktlich kommen wie alle anderen Folgen, sondern dass das jetzt meine Priorität Nummer 3 ist und Ayuso und Princess Charming da vorkommt. Dann bist du dumm, aber dann ist deine Sache. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Ich glaube aber nächstes Jahr werde ich mich da aufs Sommerhaus fokussieren und nicht Ayuso One und alles, was sonst noch läuft, mitnehmen, sondern wirklich nur das, weil das hat einfach, das hat Stil. Was darfst du? Was darfst du eigentlich? Ey, das im Zusammenhang mit Sommerhaus, das zu sagen, ist ja wirklich echt ein Witz. Aber egal, ihr könnt euch heute zurücklehnen, es wird trashig, es wird geil. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich würde sagen, wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das sehr gern, ich kann nicht reden, unter RTL Plus hier zu abonnieren, come on, absolutes Muss. Und ey, ich würde sagen, wir gehen rein. Moin, Nika. Moin, Moin. Man braucht gut zu essen, gut zum Anziehen, gutes Schuhwerk, dreimal am Tag einen guten Wunger Wunger. Der Geschlechtsverkehr ist immer möglich, no? Wer nicht genug Sex hat, gehen die Mundwinkeln immer so runter und die sind auch immer so schlecht gelaunt und die sind auch immer so neidisch und habgierig und komisch. Waschblatt auf Papier. Hier ist schon mal Legende, Claudia Obert. Dass wir immer auf irgendwas reagieren, wo die dabei ist, das finde ich doch ein Traum, weil ich finde, diese Frau ist, wie gesagt, absolute Legende. Das ist für mich eine Trash-Queen durch und durch. Ey, du bist so geil, du bist mein Vorbild. Sie hat Weisheiten ohne Ende und das bedeutet für mich Einspieler ohne Ende. Ich meine, was denkt ihr? Also ich bin der Meinung, ich mache alles richtig. Eins ist auf jeden Fall klar, das Liebespaar des Jahres sind wir. Ja, ne? Ja, ihr seht, das ist nämlich ihr Macker. Und was ich auch nicht vermeiden lassen wird, dass bei den weiblichen Teilnehmern die Muschi tropft, weil Max so geil ist. Wie bitte? Claudia, ich bitte dich. Also weiß ich ja jetzt nicht so genau, aber ich finde es gut, dass sie selbst so überzeugt von ihrem Loverboy ist. Das war pure Liebe. Auf das, was ich liebe. Aufs Geld und die Männer. Prosit! Schämen solltet ihr euch. Mein Name ist Claudia Obert. Das ist Max Suhr. Mir zugelaufen. Als ich ihn zum ersten Mal sah, habe ich gedacht, zum Draufhüpfen süß. Dafür hast du schon seit zwei Stunden in den Ständen da. Ihr merkt, Claudia Obert ist ja ein sehr sexueller Mensch und das wird sie auch im Sommerhaus des Stars nicht ablegen. Wir haben den gleichen Anspruch ans Leben. Ja, ausschlafen, trinken, Party. Das ist auf jeden Fall ein Anspruch fürs Leben, du. Das ist ein Traum. Wer das so lebt, der hat es auf jeden Fall geschafft. Nein, das meine ich nicht so. Wenn ihr neu hier seid, hier ist sehr viel Ironie auch immer mit dabei. Wir arbeiten ja auch zusammen. Max macht ganz viele Dinge für mich. Ist auch quasi mein Privatsekretär. Aber ich finde es schön, wenn man irgendwie da auch zusammenarbeiten kann, oder? Also dann kann es ja wirklich 24-7 miteinander abhängen. Für den einen gut, für den anderen eher weniger. Wir sind wirklich very much in love. Liebe ist für mich, wenn mir jemand nicht auf die Nerven geht, ja. Feel you. Ich habe nur einen Wunsch und das sind eigentlich Kinder, ja. Um es kurz zu machen. Ich verhüte nicht. Amen. Vielleicht entsteht ja ein Sommerhaus des Stars Babys. Baby. Babys. Vielleicht auch Zwillinge. Wer weiß. Oh, wie toll sieht es aus hier. Es sieht halt aus wie Scheiße, ne? Aber Claudia Obert ist eine Bodenständige. Ey, kennt ihr Sommerhaus des Stars überhaupt? Soll ich mal kurz erklären, worum es hier geht? Also es kommen halt Pärchen hier rein. Leute, die zusammen sind, die ein Leben miteinander verbringen. Jetzt keine Freundschaften oder so, okay? Und die kämpfen dann um den Titel Sommerhaus, also der Star des Sommerhauses zu werden. Es gibt Spiele. Es gibt aber auch, naja, relativ krasse Umstände, in denen die dort leben. Also ihr werdet gleich sehen, die ziehen da ein. Das ist alles völlig verdreckt, ne? Ist schon mal der erste Konfliktpunkt. Ob man da aufräumt oder einfach alles so lässt, wie es ist. Tabula Rasa. Da gibt es immer sehr viel Konfliktpotenzial. Also für die, die jetzt vielleicht auch gerade sehr gerne Princess Charming gucken, was sehr harmonisch ist. Schluck, was soll ich dazu sagen? Äh, ist das vielleicht nichts? Für alle anderen willkommen im Trash-TV-Himmel. Ja, seht ihr, Alter, das ist so eine Tricksbude. Und Hallöchen-Gemütlichkeit. Wo es dem Sommerhaus an Privatsphäre mangelt, beeindruckt es umso mehr mit einer ansprechenden Ausstattung der kaum gehobenen mittleren Unterklasse. Alter, diese ganzen ausgestopften Tiere und Puppen und so. Ich könnte da nicht ein Auge zumachen, nachts. Da sind wir beim Optiker. Im Herdstück des Hauses lässt sich gut mit Grausen schmausen. Boah, dieses Besteck und diese versiffte Waschbecken, Alter. Um Gottes Willen. Bisschen räudig ist das ja schon, ja, ne? Und wo sind die Getränke? Gibt es einen extra Saufkühlschrank? Denn das ist das Wichtigste für die Claudi. Hopp, mach. Ach nee, so schlecht ist es doch nicht. Wir haben sogar Proletenbrause. Proletenbrause, den merke ich mir. Guck mal, dann ist doch alles okay. Die haben Sicht, die haben den Alkohol. Was will man denn mehr? Danke. Herrlich. Ich merke schon, die Claudia, die weiß, wie man das Leben lebt, würde mich aufregen, ne? Also da denke ich mir, wie viel Sekt haben die? Haben die da genug für alle? Und die macht er hier den. Das war schon so. Auf ne gute Party. Das sind Party Animals, das war schon so. Das ist doch alles kein Problem. Unsere Mitmenschen, scheißegal. Solange wir hier noch allein sind. Guck mal, wie das Bett hier funktioniert, Max. Die testen halt jetzt wirklich jeden einzelnen Platz da, jedes Bett, jedes Sofa auf, naja, ich sag mal, deren Bonga-Bonga-Fähigkeit. Was machst du da jetzt? Bisschen Kuscheln noch. Bisschen Kuscheln? Solange wir hier alleine sind. Das kann ich euch nicht zeigen. Der macht dann Trockenbums, ne? Die hat die Beine hoch und jetzt geht's los. Wenn ein hübsches, junges Pärchen kommt, dann können die da zu uns in das Zimmer. Eine mit dicken Titten, das gefällt dir doch so, ne? Ich bitte drum, ne? Was ist das? Ich bin der einzige Star unter der Sonne. Verstehst du? Und ich scheiß auf den Rest des Planeten. Ist in der Tat so. Das glaub ich ihr aber sowas von. Mit Jack Nicholson war ich im Borchardt. Clint Eastwood in The Line of Fire. Hab ich hinterher, die hinterher haben gesagt, we wanna have dinner with Claudia, ne? We wanna have dinner with Claudia, das ist doch ganz klar. Weil du bist der Star, Claudia. Nee, also die ist wirklich ein Star. Für mich ist die auch ein Star, bin ich ehrlich mit euch. Aber wisst ihr noch, wo die bei Prominent, nee, das war natürlich prominent getrennt, Promis unter Palmen oder wat, wo die da so weggemobbt wurde? Boah, das fand ich so schlimm. Ich hoffe, diesmal passiert nicht so ne Scheiße. Ehrlich, ne? Was willst du mehr? Was ich dir alles biete, mein Freund, ne? Ja, was du mir alles bietest. Mir geht's wie dir, wenn ich könnte, würde ich mich selber begannen. Da musst du einfach wirklich nur dabei sitzen, zuhören, das ist Entertaining pur. Zu schön. Was hat Johann Wolfgang, mein Freund, gesagt? Johann Wolfgang von Goethe. In der kleinsten Hütte ist Platz für ein verliebtes Paar. Prosit. Schöner Spruch. Denkt ihr, die sind wirklich verliebt? Das ist alles ne Show, er wird dafür bezahlt. Ist mir, ehrlich gesagt, auch eigentlich ziemlich egal, solange die beiden da fein mit sind und happy. Oder? So, und jetzt kommt hier ein Pärchen. Das kennen wir alle sehr, sehr gut. Alleine, dass wir hier sein dürfen, ist schon selten, sag ich mal so. Nichts, dass man halt schon. Na, ich bin übrigens so verschieden. Vor uns in Achtung und nicht hier vor denen. Mein Name ist Ricarda. Ich bin der Movis. Letztes Jahr haben wir uns bei Eidorn VIP kennengelernt. Und das war ein absoluter Traum, dass die noch zusammen sind, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Merk dir eins, es gibt im Leben keine Zufälle. Danach haben wir uns direkt zwei Tage danach getroffen. Aber, wow. Schatz, bitte lass uns kurz hinlegen. Ich lieb es einfach, wie ein nasser Sack hängt die sich da auf, den Rauscht hat sie besser, lass uns kurz hinlegen. Den Move merke ich mir. Sorry, aber der war einfach legendär. Der will mal, dass ich den Daddy nenne. Ich bin älter als er, es kommt mir irgendwie dann immer so, fühle ich mich irgendwie komisch. Also, das ist für uns nichts Neues, weil das hat er ja schon bei Cecilia probiert. Würdest du mich eigentlich auch mal Daddy nennen? Wer fährt denn? Mein Auto. Ja und, ja, ist doch geil. Wieso? Der Mann sitzt am Steuer. Ja, ja. Ich würde sagen. Ich finde es geil. Ist Ricardos Auto? Ricardos sitzt am Steuer. Die Frau weiß, wie man mit dem umgeht. Du müsstest mich eigentlich auch Mami nennen. Komm, Mami. Nee, so weit nicht. Bei nächster Szene hat er seine Mutti an der Strippe. Ich wollte nur sagen, wir sind auf dem Weg, ne? Maffi? Fahrt ihr jetzt erst los? Ja, wir sind jetzt an der Tankstelle. Ja, wir haben ein bisschen länger noch gebraucht. Ja, sollen wir schon Waffeln vorbacken, oder? Mach so, wie du das für richtig hältst, Ma. Ich wohne bei meinen Eltern, ja. Ah, das ist so ein Calvin. Das ist ein kleines dicke Mausi. Die kleine dicke Mausi. Ein kleines dicke Mausi. Ey, sage ich zu Sonja auch immer. Sind wir ehrlich, sind wir ehrlich. Aber das ist halt auch ein Tier und kein Mensch. Das ist Bodyshaming, Maurice. Aber dieses Bett, das ist das Bett in seinem Zimmer, ne? 90 cm breit. Viel Spaß, Ricarda. Steh, Jotze. Man hat alles, was man braucht. Ich war schon immer sehr, sehr früh selbstständig. Und das ist halt das genaue Gegenteil. Das ist auch schön. Das ist auch perfekt für eine Beziehung. Das ergänzt sich doch immer. Ricarda, kannst du den Haushalt schmeißen, alles pipapo. Und wenn du es nicht gut genug machst, dann zieht er halt wieder zu Mami. Ich bin da voll cool mit. Ich habe noch mehr Teig. Also ihr könnt noch mehr essen, ne? Danke, Mami. Bitteschön. Küsschen auf die Nuss. Ich sterbe. Küsschen auf die Nuss. Wir kennen Maurice eher als einen sehr starken Mann. Und den hier mit seiner Mutti zu sehen, das wollte ich euch wirklich nicht vorenthalten. Ich sage mal so, eine große Liebe ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Aber grundlegend ist das schon gut, so wie das ist. Das ist doch schön. Vielleicht bald die Hochzeitsglocken. Kinder im Kinderwagen. Wer weiß es schon. Warte mal, Schatz. Ich mach dir die Tür auf. Schönen wir vor. Ich mach was mit den Koffern. Wollte ich euch zeigen. Das ist ein Gentleman durch und durch. Geht's mit den Koffern? Ja, ja. Komm rein. Hallo. No. Die sind da bitte beschäftigt, immer noch mit ihren Trockenfick. Claudia und der gute Begatter. Die sagen Hallo. Juck die nicht. Wann kann die denn da? Ist denen scheißegal. Ich wusste, dass ich es locker und offen. Aber das ist ja schon heftig so. Das ist ja die Endstufe davon schon. Es ist ihre Entscheidung. Das muss man respektieren. Aber ich kann auch verstehen, dass man da wirklich sagt, hey, pfuch. Hi. Hi. Na, hallo. Hallo. Also, was habt ihr denn da gerade gemacht? Oh, wir haben uns ein bisschen geschont. Claudia. Hi. Hallo Frau. Maurice, hallo. Maurice. Bist du Franzose? Ne, ich bin Deutscher. Oh. Moin, ich bin Max. Wie geht's dir? Alles klar? Ich darf euch allen anbieten. Ja, sehr gerne. Trinkst du auch was? Bitte? Trinkst du auch was? Ja, was habt ihr denn da immer? Proletenbrause, Bier. Und er hat die ganze Zeit in den Lippenstuften auch überall kleben, ne? Ja, ne, ist egal. Wir gucken erst mal. Oh, jetzt hat das gemerkt. Aber habt ihr uns nicht gehört, oder was? Habt ihr uns nicht gehört? Wir gerade so, hallo. Klar war doch nicht. Hast du geguckt? Echt nicht? Nee. Echt nicht? Nee. Und der war im Vollrausch. Das ist ein verliebtes, junges Pärchen. Was erwartet ihr? Tschüss euch! Ehrlich, also, wie wir begrüßt wurden, war eine absolute Frechheit. Ist eine Sache von Respekt. Und wir haben uns in dem Sinne dann zu dem Zeitpunkt nicht respektiert. Wir drücken ja nochmal ein Auge zu, oder? Ja, solltet ihr, gönnt ihr ihr Glück. Also, bei Claudia kann ich mir ja wirklich vorstellen, dass sie euch nicht gehört hat. Und Max hat sich bestimmt gedacht, gut, wenn Claudia das ignoriert, die ist die Chefin hier, dann mach ich das auch. Ja, weiß ich nicht, ne? Also, war jetzt nicht cool. Sie ist halt so eine TV-Persönlichkeit, ne? Aber trotzdem hätte man hallo sagen können, so vernünftig, ne? Ich bin ein bisschen langweilig. Bei wie alt bist du? 24. 24? 24? Ja, dann seid ihr gleich alt. Ach was, ach was. Wir haben ein weiteres Baby bekommen. Geil. Haben sie hier die Sugar-Mamis, sich die jungen Burschen geschnappt. Das finde ich doch toll. Wir haben beide keine Scheuklappen. Ich erfreue mich an wunderschönen Männern. Ich war immer so mein ganzes Leben, ja? Immer wenn ich gedacht habe, als ich jung war, dass der Mann meines Lebens stand, vier Wochen später noch einer irgendwo rum, der mir noch besser gefallen hat. Ach, Max, mach dir bitte keine Sorgen. Meint ihr, der wird auch noch so schnell ausgetauscht? Ne, ich glaube, das haben sie auch erwähnt, vielleicht habe ich es rausgeschnitten, die sind schon relativ lang zusammen. Ja, oder wat? Hält das schon mit dem Max aus? Vorbildlich. Ich würde sagen, nach zwei, drei Tagen können wir mal durchtauschen. Na, hör mal. Ihr habt bestimmt guten Sex, oder? Da kann man dich nicht drüber beschweren. Jedes Mal, wenn ich so ein junges Glück sehe, denke ich, hoffentlich knattert der ordentlich. Scheiße. Ich glaube, die Claudia hat mehr Sex als alle da zusammen, wenn die dreimal am Tag knattert. Wer soll denn da mithalten? Man muss halt versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, um das Mögliche zu erreichen. Ich kenne die alle gar nicht. Die kennen mich und dann kennen die auch dich. Ich kenne sie auf jeden Fall. Valentina. Ja. Also da kann man eigentlich nur weinen. Bin ich gespannt. Ich gebe doch jedem hier auch gerne eine neue Chance. Also generell habe ich eigentlich gar nicht so krass was gegen sie. Ich kenne sie ja nicht persönlich, ne? Aber damals Couple Challenge war sie auch mit Christine Opara und das war so schlimm, dass ich das abgebrochen habe, weil mir dann alles so auf den Sack ging, deren Masche, deren Art und Weise mit den Menschen da umzugehen. Das war schon hammerhart. Das war richtig gut. Und ich fand jetzt auch bei der aktuellen Beauty and the Nerd Staffel, die gerade ausgestrahlt wurde, ich war froh, als sie raus war. Weil auch da, das war nicht schön mit anzusehen. Hat einem eigentlich nur negative, eklige Gefühle gegeben. Und das sollte Trash in meinen Augen nicht unbedingt. Das ist ja schon entertaining. Das sollte amüsieren. Das sollte einen nicht hart im Alltag begleiten. Und das hat es mich teilweise. Aber das hat Sommerhaus mich öfter. Deswegen habe ich ein bisschen schlotternde Knie, was ja auf uns zukommt und so. Wie gesagt, wir machen hier eine lockere Nummer draus. Das ist jetzt keine feste Beziehung. Das ist kein Commitment, dass ich ihr Sommerhaus der Stars durchballer. Nein, nee, wir schauen, wie sich alles entwickelt. Ich habe nur tief einen Arzt. Es ist gut, dass du es rausgelassen hast. Auf jeden Fall. War jetzt nervlich. Hör auf, hör auf. Du kannst auch den Arm weglegen von mir. Man kriegt schon einen leichten Eindruck von deren Beziehung. Erinnert mich ein bisschen an Melissa und Fabio damals. Ich muss gestehen. Hör auf. Leg den Arm bitte weg von mir. Ich bin die Valentina. Ich bin der Verlobte, Jan. Wir sind ja mittlerweile jetzt schon fast acht Monate zusammen. Oh, wie die das sagt, fast acht Monate. Das ist ja schon fast das ganze Leben. Und verlobt sind sie auch noch. Bisschen spät in meinen Augen, aber gut. Ich bin ein Mensch. Ich habe sehr schnell sehr viele Emotionen. Und statt mit dir macht das keinen Spaß. Wenn ich nicht das mache, was du willst, mach keine Show. Noch keine Show. Du machst jetzt doch, du machst das extra Show. Ich habe manchmal das Gefühl, er will mich nicht verstehen, versteht mich nicht. Geht nicht auf mich ein. Ich stehe jetzt nicht, was er sollt vor der Kamera. Lass mal bitte jetzt. Ich finde es einfach scheiße, alleine zu essen. Ja, aber ist jetzt so. Ich möchte kein Eis essen. War doch eine Waffel. Wo ist dein Problem? Ich möchte einen Mensch, der mich nicht, wenn ich weine, einfach weiter zum Wein bringt. Das will doch keiner. Und so einer ist das, oder was? Mach ich ja nicht. Doch, machst du. Okay, da besteht wohl ein Missverständnis. Schauen wir uns genauer an. Ist doch jetzt gerade unangenehm, oder nicht? Lass uns doch bitte weitergehen. Wir sind doch jetzt gerade in der Öffentlichkeit. Immer so blutstellen muss in der Öffentlichkeit. Wieso jetzt? Ich verstehe es nicht. Aber wir sind doch gerade mit dem Kamerateam hier. Warum musst du jetzt extra langsam essen? Wenn wir jetzt alleine wären, okay. Stört euch das? Alter, aber es ist echt ein bisschen strange, ne? Er stellt sie ja wirklich ein bisschen bloß. Also die Kamera läuft ja und er sagt, ihr macht hier keine Show. Nur weil wir in Räumscheid sind. Wo sind die? Ist wahrscheinlich deren Hut. Jeder kennt die. Also wahrscheinlich dort, ne? Es ist wirklich jetzt nicht so nett von dem. Vor allen Dingen dieses jetzt ist ja extra langsam. Und alle so, ist uns doch scheißegal. Also irgendwie strange. Du musst einen Menschen immer schlecht machen. Kannst du dich jetzt nicht wenigstens für den Videodreh einmal zusammenreißen? Und nein, du musst mich nicht anfassen. Gleichweite willst du wieder generieren? Willst du ja künstlich irgendwie Streit anfangen? Krasse Masche. Mh. Alter. Das gefällt mir aber wirklich überhaupt nicht, wie der mit der redet. Hör auf jetzt. Ich möchte, dass du es lässt. Okay? Hör auf jetzt. Lass es doch bitte einfach. Ich möchte es einfach nicht. Ich fühle es einfach nicht. Lass es doch einfach mal alles. Nein, ich fühle es einfach nicht. Ich verstehe mich nicht vor der Kamera. Ach so, ich glaube, er will so tun, als wäre halt nichts. Händchen halten, Umarmung, bla bla bla. Und sie denkt sich so, alter nein. Hättest du mich jetzt hier wieder bloßgestellt? Ich tue jetzt nicht so, als wäre Friedelfräuter Eierkuchen. Verstehe ich. So, jeder sehen, wie du mich behandelst in der Beziehung. Bin ich gespannt. Also, oberflächlich gesehen, ja, denkt man doch eigentlich eher, dass er die arme Socke ist, weil er mit Valentina zusammen ist. Das klingt hart, ne? Aber das ist so mein erster Instinkt jetzt gewesen. Habe ich schon ein anderes Gefühl. Ich glaube, die freuen sich alle auf dich. Die freuen sich alle auf mich. Ja. Schön wär's. Ach man, dass sie sagt, schön wär's. Man denkt halt immer, die ist so total abgewichst und es ist ihr scheißegal, dass keiner sie mag. Aber ich glaube, die fände es wirklich ganz schön, wenn sie mal gemocht wird. Schlag das Märchenbuch zu. Willst du jetzt was essen? Kannst du was essen jetzt? Warum nicht? Ich esse immer nur einmal am Tag und ich bin, ähm, weiß ich nicht. Dafür bist du aber gut im Futter. Ja, ne? Behalt's bei, du bist fett genug. Sag mal, Claudia, hast du den Arsch auf, oder was? Hello? Oh, no. Valentina mag mich nicht. Ich weiß halt, dass sie irgendwelche Sachen halt über mich gesagt hat. Oh, zum Beispiel, was willst du mit der und so? Irgendwo kommst du mir bekannt vor. Valentina ist jetzt keine Freundin von mir oder so, ne? Aber mir gegenüber war sie zuvorkommend, beziehungsweise war nett freundlich. Man kennt sich flüchtig, ne? Wir haben uns schon mal so gesprochen, mal gesehen und so. Alter, wenn irgendwer über mich sagen würde, zu meinem Partner oder was weiß ich, ne? Was bist du eigentlich mit der zusammen, würde ich sagen, Junge? Geht's dir zu gut? Und nett wäre ich zu der Person auch nicht mehr. Den würde ich draußen so eine klatschen, ey. Aber erst trinken wir mal einen. Maurice und ich hatten damals irgendwie kurz geschrieben. Franz Ricarda. Wahrscheinlich nicht so cool. Ich weiß nur, dass sie mich da blockiert hat. Dann habe ich sie irgendwie auch blockiert, weil ich es gesehen hatte. Dieses Blockieren und diesen ganzen Scheiß, ne? Versteht euch doch einfach. Das fände ich gut. Wie geht's dir? Gut, ne? Wie geht's dir? Alles gut? Ja, auch. Kennt ihr euch? Ja, also... So durchsehen, ja. Ja, ja, so durchsehen. Ja, zeig mal dein Tätchen. Immer kreuzen sich die Wege, ne? Ja, ja. Ja, aber wer hätte gedacht dir? Wer hätte gedacht dir? Ja, cool, Alter. Jo. Aber Maurice ist schon ein bisschen Flirtkurs, oder? Und, wie ist für dich der erste Eindruck? Oh, ist doch alles ganz super, oder? Ich bin so ein Mensch, ich will jetzt nicht so vorurteilen, aber es gibt ja so Menschen, am Anfang sind die immer dann alle nett und so und am Ende rammen die Leute, die ein Messer am Rücken. Ich bin generell halt kein Mensch, der halt streitsüchtig ist, na? Es sei denn, du bist halt scheiße zu mir, dann bin ich auch scheiße zu dir. Noch ein Wort, ich schwöre, ich hau dir so eins aufs Maul, ehrlich. Stell dir vor, du musst dir jetzt mal vorstellen, du bist in ein Haus gefangen, wo Menschen sind, vielleicht, die du nicht magst. Ja, ich glaube, das ist das größte Problem. Ja. Ja, und ich glaube, das ist halt auch das Konzept von Sommerhaus der Stars, oder? Sind wir jetzt die Robby Williams und Helene Fischer das Sommerhaus? Ja, ist das so, ne? Noch nie gesehen, die zwei. Sie will nur seinen Erfolg, oder? Er will nur ihre Optik, oder was? Keine Ahnung, was sie sagen, ne? Ist mir auch egal. Also ich frage mich gerade, wie erfolgreich kann er denn sein, wenn ich den noch nie gesehen habe? Ich bin seit 19 Jahren europa-weltweit unterwegs mit der Musik. Europa-weltweit? Auch noch nie gehört? Du hast ne geile, geile Bibel. So, jetzt kannst du mitsingen. Aber guck auch auf der Straße. Für immer so. Wo, 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 wir sind dicht und doof. Geiler Lyrick. Passt so gut wie. Va, va, zack to me. Kinder krieg ich nie. Kennt ihr den noch? Den Banger 2023. Das war Ballermann-Hit. Och man, ein bisschen Ballermann haben wir es ja gar nicht geschafft. Scheiße, liegt vielleicht auch darin, dass ich es bis heute nicht geschissen bekommen habe, diesen Song bei Spotify drehenbar zu machen. Aber was ist das für eine komische Situation hier? Er sagt so, jetzt kannst du mitsingen. Du sagst mir, wenn ich mitsingen kann, wenn ich am Steuer sitze. Ich glaube, es hackt. Wie weit gehst du wirklich? Ich bin Karina Krone. Man kennt mich vom Ballermann. Wir sind relativ frisch zusammen. Ich kann auch viel mehr noch bei Tim abgucken. Jetzt hast du ja nur 33.000 Aufrufe. 33.000, 34.000 Aufrufe ist jetzt auch nicht so wenig. Ehrlich gesagt. Er so, du bist eine Nullnummer. Was hat der denn für Aufrufe? Keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht. Da musst du noch mal viel mehr Gas geben. Viel mehr. Sex sells, das ist ganz klar. Da musst du das auch mal ein bisschen professioneller sehen. Wir reden ja hier über einen Job und nicht über irgendein Hobby. Genau, seht das mal professioneller, weil wir alle wissen, wir als YouTuber oder Creator, die irgendwas bei YouTube veröffentlichen, sind dafür verantwortlich oder können beeinflussen, wie viele Klicks ein Video hat. Alter! Boah. Ich hoffe, der große Durchbruch kommt noch. Aber jetzt bist du ja im Sommer raus. Vielleicht ja dann. Proform mal ein bisschen was. Karina, zieh doch den Koffer. Nimm doch den Stab da hinten raus. Wie soll das denn gehen mit den Rollen? Das ist doch scheiße. So. Ja, so. Und dein Koffer ist gleich kaputt. Und ihrer noch ganz. Geh hier in der Mitte. Hier ist besser. Nein, da fall ich doch hin. Du hast doch gedacht, das ist a catwalk hier, ne? Die gehen alle geil angezogen da rein. Hast du dir eine Staffel angeguckt? Scheiße, die ist nicht gemäht. Geh mal vor. Komm, schier schon irgendwelche. Doch, da sind welche. Warte mal, habt ihr das gesehen? Erst geh mal hier, dann merkt er es doch scheiße. Ihre Entscheidung war besser, jetzt geh ich auch mal hinter dir, weil hier ist nicht gemäht. Ist das so einer? Ich hasse ja sowas. Also die ganze Zeit immer es besser wissen, aber dann weißt du es nicht mal besser, oder was? Das ist brutal provokant. Guten Tag. Hallo. Wer ist es? Ist das Tim Toupé? Wer? Das ist ein Sänger. Tim Toupé sagt mir immer noch nichts, aber anscheinend kennt sich der Max besser in der Branche aus. Sag mal nochmal deinen erfolgsreichsten Song, bei den Cash or Save It, aber jetzt gerade sage ich... Erfolgreichste ist Fliegerlied. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Oder du hast die Haare schön, oder was du wahrscheinlich auch kennst, ist, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Alles gut? Ist ja voller Klassiker, ne? Bei Jung und Alt. Singst du auch? Ja, genau. Ich sing auch am Ballermann. Ich bin ein SUV, Saufen und Vögeln. Dicht und Doof ist jetzt das Letzte, was ich gemacht habe. Malle oder ich. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Das sind alles... Also Qualität ist da, ne? Das hört man schon am Namen des Songs. Wie gesagt, Vaseg to Me finde ich dann immer noch etwas besser. Ich werde meinen Thron verteidigen, wie der König seinen Thron verteidigen würde. Also so ein richtiger Hit fehlt mir jetzt halt noch. Ich bin halt zweimal in der Woche da. Wenn du erst einen hast, dann gehst du richtig durch die Decke. Ja, das ist es halt, ne? Naja, bei mir hat es nicht geklappt. Und ich hatte den Hit. Ihr wisst es. Was hast du denn gedacht? Erstmal ein kleiner abfälliger Blick von Valentina. Woher? Also, was... Also, äh... Genau, was macht ihr? Weil ich bin hier der Star. Haben wir jetzt schon festgestellt. Wir wollen eine Heftina bis Claudia, ne? Was macht ihr? Kennst du sie nicht? Pach! Nicht? Schatz mal... Nee, machst du auch bei so einem Format? Also, bei sowas? Ich kenne... Also, ich kenne mich... Ich habe 2020 angefangen. Warte mal, der kennt sich nicht aus. Aber wir wissen doch alle, dass zum Beispiel so ein Calvin auch am Ballermann tätig ist. Und da wird man sich doch auskennen. Also, die Konkurrenz oder was. Und der wird auch wissen, dass wahrscheinlich Leute aus dem Trash-TV mittlerweile immer mehr und mehr diese Malle-Schiene einnehmen und erobern. Da muss er mal ein bisschen besseres Benchmarketing betreiben, würde ich behaupten. Tim Tupé. Und jetzt mache ich das, glaube ich, seit zwei, drei Jahren. Ich sage immer, wenn du nichts kannst, wirst du erfolgreich starten. Wie halt mit Ballermann-Musik, ne? Nein, das ist jetzt auch falsch gesagt, aber... Was machst du? Ja, ich bin jetzt auch... Ich war ja 2019 jetzt bei Love Island, seitdem, seit vier... Was machst du? Das ist auch in so einer Show. Also, ist... Ja, die Namen kenne ich, aber ich gar nicht. Ist irrelevant so. Ist nicht wichtig. Na, hör mal. Maurice, es ist nicht irrelevant. Du warst auch in so einer Show und ihr seid dadurch bekannt geworden. Das ist doch völlig okay. Also, seid stolz darauf. Für mich seid ihr Stars. Scheint ja sehr verbreitet zu sein, weil hier sind ja nur die Influencer und wie die alle sich da nennen und was die da alle machen, ne? Das ist ja wirklich ein Ding, ne? Hab ich gar nicht mitbekommen bislang. Also, auf dem Malle habe ich noch nie einen Influencer gesehen oder einen Influorenza. Lol. Geh mal rein, als No-Names und komm als Name wieder raus. Und wir rucken das. Ich bin gespannt, wer seid ihr? Joey Heinz, das Ex, ist im Sommer aus der Stars. Als du da hinkommst, war ich so, Gott, war das ein Highlight. Das ist meins, das ist meins. Okay, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Den kenne ich doch. DSDS oder was hat der gewonnen, oder? Ich bin vom Beruf her Busfahrer. Wir haben eine Tochter, acht Monate alt. Ich habe durch die Schwangerschaft ordentlich an Kinos dazu gewonnen. Hier scheint wohl das Abnehmen-Camp im Laufe zu sein. Schatz, hier ist Berghoch. Äh, 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 lauf jetzt bitte. Lauf jetzt bitte, du fette Schwallen. So wird das nie was. So will es dir auch deinem Partner gefallen. Aber sorry, du hast vor acht Monaten ein Kind bekommen. Schöne mal deine Bails. Lass dir Zeit. Sollte er erst mal ein Kind bekommen und dann die 20 Kilo wieder abnehmen. Das würde ich gern mal sehen. Bock auf den Cheeseburger. Also, ich habe dir doch gesagt, Cheeseburger erst, wenn du 20 Kilo runter hast. Sag mal, was machst du denn? Ich habe mich gerade gefragt. Ich bin Mutter. Gar nichts. Ich bin Mutter. Ich glaube, die haben wirklich den Druck, wenn die da reinkommen, Scheiße, das sind alles Promis. Jeder ist ein besserer Mensch als ich. Machen sich da so klein mit Hut. Mutter, Alter, du bist Mutter. Ich sage euch mal was. Habe ich letztens gesehen. Eine Frau, die ihr Kind stillt, das ist genauso viel Zeitaufwand. Dieses Stillen an sich wie eine Vollzeitstelle. Minus den Urlaub und so, ne? Das ist derselbe Zeitaufwand, Leute. Und die steht da nur Mutter. Nein, ich habe damals mal in so einem Missfinale mitgemacht. Dann habe ich jemanden geheiratet, den man kennt. Und dann habe ich mich scheiden lassen. Oder wir haben uns scheiden lassen. Und jetzt bin ich hier. Darf man fragen, wer ist denn der? Joey Heindler. Mit Joey warst du verheiratet? Den kennt er wahrscheinlich, ne? Weil das ist ja für ihn wahrscheinlich ein A-Promi. Der hat DSDS gewonnen. Was hast du für eine Oberweide? Boah, na, D. 85 D. Maxi hat 75 D. Diese Blüster, die killen mich komplett. Ich gucke nur dorthin. Du kannst gern zu uns. Vollbusige Frauen sind bei uns willkommen. Alter, kann man, also würde mir das jemand sagen? Ich würde mich so unwohl fühlen, wenn ich schon noch weiß, dass die Claudia mit ihrem Alten da, mit ihrem Jungen da auf mich eingafft. Oh, mal ehrlich. Je größer, desto besser. Oh Gott. Im ersten Moment ist es lustig, aber es wird, also auf Dauer, meiner Meinung nach, wird das schon auch heftig. Absolut. Das ist auch völlig übergriffig, Alter. Ich finde, auch wenn ich die den ganzen Tag rumbumsen sehen müsste, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich bin die Vanessa Noatu. Jetzt geht's hier aber so richtig los. Du lachst alleine, merkst du das? Pssst. Pssst, Vanessa. Nicht mich hier in irgendeiner Weise kurz schlecht darstellen lassen, ja? Und du hälst die Schnauze. Ich bin der Alex Petrovic. Ich war bei Temptation Island VIP mit meiner Ex-Freundin Christina. Puss auf dich auf. Tu auch, Baby. Du bist stark genug, ich weiß nicht. Und dann habe ich diese bezaubernde Dame kennengelernt, Vanessa. Dass die mich eingespielt haben, wir wollen den Leuten auch zeigen, wie es richtig geht. Spiel ich gern ein. Wir wollen den Leuten auch zeigen, wie es richtig geht. Wie man diesen Beziehungstest auch richtig besteht und wie das auch eine Beziehung stärken kann. Du sollst nicht nur mit negativen Erfahrungen hier rausgehen aus Temptation. Und irgendwie war das wie lieber auf den ersten Blick. Ja, seitdem und es ist jetzt fast ein Jahr her, sind wir zusammen. Krass. Also, dass die noch zusammen sind, finde ich krass. Dass danach dieser Shitstorm so heftig wird, war nicht leicht. Hat sich für dich gelohnt, Baby. Was hat sich für dich gelohnt? Die gucken dein Fotoalbum, hat sich für dich gelohnt, Baby. Was denn? Ich glaube, ich kriege fast täglich Kommentare, wo halt steht, so, ja, mach die Augen auf. Oh, Alex. Sorry. Warum musst du immer übertreiben? War kein Absicht. War kein Absicht. War kein Absicht. War kein Absicht. Alter, dieser Schnitt, guck mal, selbst RTL versucht ihr zu sagen, Vanessa, mach die Augen auf. Wie kann man so dumm sein, dass man dem Mann noch Vertrauen schenkt? Wir haben eigentlich bisher nur schlechte Zeiten fast erlebt. Ey, das tut mir auch ein bisschen leid. Ganz ehrlich. Also, das hat ja wirklich keiner verdient. Aber ich glaube, den Leuten geht es nicht unbedingt nur darum, von wegen, das ist ein Fremdgeher, der wird bei dir auch fremdgehen, sondern einfach die Art und Weise, wie er mit Christina umgegangen ist, wie er sie schlecht geredet hat, vor allem dieses Unmenschliche einfach, dieses Gemeine und dieses Jahr irgendwo auch leicht Narzisstische in irgendeinem Zug. Ich will jetzt nicht behaupten, der ist ein Narzisst, weil ich habe doch keine Ahnung, aber es war schon sehr, sehr krass, wie er einfach so als Mensch ist und wie egoistisch er auch ist. Und da denke ich mir halt, Vanessa, wie willst du da glücklich werden? Aber anscheinend ist sie glücklich. Sie sind ein Jahr zusammen, hatten noch keine gute Zeit miteinander und wenn man dann immer noch zusammen ist, das spricht ja schon für ein Paar. Ah, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, den habe ich mir hier angelacht. Aber sie macht wenigstens noch Späßchen drüber. An mir ist es halt trotzdem wichtig, dass die Leute gerade auch mal mich kennen, so wie ich bin, unabhängig von Alex. Also du willst es den Leuten beweisen? Ich bin auch Vanessa, ich stehe auch für mich selbst. Das ist nicht mein Ziel, Menschen von mir zu überzeugen. Ich komme sehr gut damit klar, wenn man mich nicht mag. Hey, aber wenn du doch sehr gut damit klarkommst, dann macht ihr da jetzt mit. Ich dachte, du willst den Leuten mal zeigen, wer du wirklich bist. Und im besten Fall finden sie das auch noch sympathisch, oder was? Die Schöne und das Diss. Alter, die disst aber ohne Ende. Gefällt mir ja schon. Hallo. Schatz, du mach mal jetzt. Oh, okay, haben die ein Problem? Komm, Schatz. Ich hielt nicht, ich hielt nicht Bescheid. Nein, ich hielt nicht. Kennen die die? Nee. Kennen die nicht. Ich war damals auf eine Veranstaltung eingeladen und dann hat Alex mich öffentlich sozusagen ausgeladen. In so einem richtig ekligen Ton. Vanessa. Das, was er da abgezogen hat, kann man nicht entschuldigen. Die beiden wollen einfach ihren Matsch hier aufpolieren. Denk ich auch. Okay, die geben sich, aber hier fehlen wir schon mal die Hand und so. Das ist doch was. Also als wir angekommen sind, sind alle aufgestanden, haben uns sehr herzlich empfangen. Außer Valentina und Yamaka. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber der weiß, also der weiß schon, dass er da, das weiß er ja. Er macht irgendwelche Storys über Valentina, wo er sie öffentlich bei Partys auslädt, wundert sich jetzt, dass sie nicht aufstehen und am besten noch einen Kniefall macht, wenn ihr König Alex kommt. Sie wirkt wie eine kleine zickige Göre. Ja. So. Das ist wirklich sein Lieblingssatz. Das hat er auch immer schon zu Christina gesagt und überhaupt, ne? Das finde ich brutal provokant. Das stimmt bei dem Typen nicht. Eigentlich kann er ihm nur leidtun. Ja, ich bin super bemitleidenswert, so ein Verhalten. So was von denen zu hören, aus deren Mund, das ist Kino, Leute. Ich würde sagen, wir befinden uns auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Wir sind einfach bessere Menschen. Seid ihr nicht, Alter. Ihr seid alle scheißgleich. Wenn du mir auf den Sack gehst, dann sage ich dir das und umgekehrt auch, aber danach müssen wir uns wieder liebhaben. Ziko und Pia. Fuckboy? Nein. Nee, auch nicht. Pfff. Was? Ich weiß jetzt nicht, ob du, also doch, du warst schon ein Fuckboy. Ey, finde ich geil. Ziko kennen wir ja noch von Bachelor. Wo war der? Bachelor bei Maxim. Und dann war er auch noch mal bei Bachelor in Paradise. Und Pia ist seine Freundin, die ist jetzt kein Trash-TV-Star, aber die ist, also ich kenne sie noch von damals, also ich gucke das ja alles nicht mehr, aber früher, als Berlin Tag und Nacht rauskam, war da Pia, Maike war da und daher kenne ich sie. Mein Name ist Pia Tillmann. Mein Name ist Ziko Banner. Die Gefahr, wenn man miteinander feiern ist, irgendwen zu treffen, der vorher mal da am Start war, ist relativ groß. Ich glaube, Ziko ist ein Ficker. Aber jetzt ist er bei mir, von daher alles gut. Ist auf jeden Fall keine Memme. Vielen Dank. Landluft. Du siehst sexy aus. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich wollte euch das auch zeigen, weil er scheint auch ein super Gentleman zu sein. Es ist nochmal ein super cute zu ihr. Scheint auf jeden Fall bislang ein schönes Pärchen zu sein. Harmonisch. Hi. Hi. Oh mein Gott. Da rührt sich keiner. Geht hoch mit euren Wichs-Ärschen, Alter. Und sagt uns mal Hallo. Man hat sich nicht direkt willkommen gefühlt, als man ankam. Ich hätte den am liebsten eins aus dem Morgen gehauen, Dreck. Das könnte ich sein. Für mich ist das eine Anstandssache. Wenn jemand kommt, dann stehe ich auf und sage Hallo ganz normal, stelle mich vor. Absolut. Gut, seitdem man halt ein privatpersönliches Problem wie Valentina und Alexa, verstehe ich auch, wenn man sitzen bleibt. Bin ich ehrlich. Wir kennen uns. Pia. Tillmann. Ja, weißt du? Wie geht's dir? Ja, mir geht es gut. Ich hab dich aufgrund der Haft, aber jetzt nicht so ganz. Ja, ja. Du hier? Alles neu. Ja, du auch, ne? Ja, ich auch. Servus, hi. Hallo Tim. Ich bin der Stiko, hi. Du hier? Ja, du auch. Direkt zurück in Distile. I love it. Kann man kurz sprechen? Klar. Oh, was geht hier ab? Wir kennen uns ja nicht. Wir kennen uns nicht. Aber... Du kennst ja Valentina. Ja. Und die hat mir einiges erzählt gehabt, weißt du? Ich hab schon gemerkt, weißt du, so ein bisschen beef, sag ich mal. Und ich hab keinen Bock da drauf. Ich geb ihr ihm die Hand, du hast Respekt. Weißt du? Ja, wir auch. Wir auch. Darum geht's ihr auch nicht, Alex. Und ich fänd's schon gut, wenn du dich für die Aktion entschuldigst. Ich sag mich entschuldigen. Ja, für die Story. Tue ich nicht. Warum nicht? Weil das rufschädigend war, was sie gemacht hat. Ich hab direkt zehn Absagen bekommen, als sie gesagt hat, sie würde auf meine Party kommen. Also Valentina sagt, sie kommt auf seine Party und das ist dann rufschädigend, weil Valentina ja so ein schlechtes Image hat. Dass der mir hier was von rufschädigend erzählen will. Also mal ganz im Ernst. Du! Gerade du! Das find ich so krass. Weil ganz ehrlich, als ob nicht Alex total gespürt hat, seit Temptation Island, dass ihn keiner mehr will, keiner mehr einlädt. Weil die Leute wahrscheinlich genauso denken. Und das muss doch voll hart für eine Person sein. Und genau das gleiche macht er dann mit Valentina? Bist du dumm? Sie wurde eingeladen. Sie wurde nicht eingeladen. Sie wurde eingeladen. Ich bin Organisator. Ich hab sie nicht eingeladen. Ich hab doch sogar gesehen. Ich hab sie nicht eingeladen. Du warst auch Teilorganisator. Richtig. Da waren auch noch andere. Richtig. Und sie wurde von den anderen Personen eingeladen. Keiner von meinen Leuten hat sie eingeladen. Alter, wenn Can sagt, ich hab das sogar gesehen. Er sagt, er ist Hauptorganisator. Auf einmal gibt's doch noch andere. Ah ja, keiner von meinen Leuten hat dich eingeladen. Die Party war bedroht. Auch normale Menschen haben mir geschrieben, wenn die kommen, komme ich auf gar keinen Fall. Normale Menschen haben das sogar geschrieben. Zehn Leute haben abgesagt. Man muss ja immer diesen wirtschaftlichen Aspekt betrachten. Wirtschaftlich? Ja, wenn ich sage, das ist Image-Shading und Ruh-Shading und die Leute sagen ab, dann ist das Image-Shading. Ich find's halt krass. Du stellst einfach deinen wirtschaftlichen Erfolg über jeglichen menschlichen Verlust. Alter. Can ist heftig. Can ist heftig. Es stimmt. Und auf der anderen Seite, wahrscheinlich war es so, dass sie wirklich eingeladen wurde von irgendwem. Dann hat sie das geteilt. Daraufhin haben die Leute abgesagt. Da hat Alex gesagt, nö. Wir stellen das einfach so hin, dass wir sie nie eingeladen haben, weil es kam ja nicht von mir. Und du, du das gemacht hast, hast sowieso jetzt deinen Job verloren. Weil der wirtschaftliche Erfolg, Leute, der ist mir doch das Wichtigste. Krass. Ohne Skrupel. Guck mal, da kann er auch gar nichts zu sagen, ne? Ich finde halt, es war halt nicht in Ordnung. Deshalb hab ich eigentlich erwartet, dass der Entschuldigung kommt. Nur Freunde wird man halt nicht mehr dann. Ja, dann ist der Zweifel. Er hat jetzt vielleicht versucht, so ein bisschen auf Mann zu machen. Nach dem Motto, er will mir die Stirn bieten oder mit mir reden. Ich kenn den Bub nicht, hab den noch nie gesehen. Es ist so geil, ne? Weil Alex ist ja der Mann. So stellt er sich auf jeden Fall hin. Was ich jetzt bislang gesehen habe, scheint mir Can doch deutlich erwachsener als Alex. Ich fand, er hat das sehr gut angesprochen. Er hat gesagt, ich wünsche mir, dass du dich da entschuldigst. Das war scheiße, ne? Natürlich ist das auch super scheiße für Valentina. Was ist denn das für eine Demütigung, wenn Alex, Alex Petrovic, ja? Der, der wirklich das Allerschlimmste gemacht hat, was geht, im deutschen Fernsehen, seine Freundin aufs Übelste gedemütigt hat. Und der lehrt dich dann auch noch aus. Also eine größere Klatsche kannst du ja nicht kriegen. Es ist wie ein Film. Ich denke, er musste so handeln, weil sie das von ihm verlangt hat. Ich glaube, er hat eher den Schaden im Kopf. Vor allem, weil wirtschaftlich gesehen so viele von mir, von meinen Fans dahin gekommen wären. Was haben zehn Leute abgesagt? Und zehn Leute ist für Alex, bei dem kommen halt nur 20 zu Party, Valentina. Ich bin aber lächerlich. Warum schickt sie ihren Freund jetzt zu dir, um über so eine Sache zu reden? Fängt es jetzt schon an? Ich habe jetzt schon so einen Hals. Spann dich, Baby. Alles gut. Also mal, Vanessa, also da frage ich mich auch, geht es dir zu gut? Der kommt da hin oder ihr kommt da hin. Can, also wir haben nicht gesehen, dass Valentina ihn darum gebeten habe, das zu klären. Wir gehen jetzt mal davon aus, es war sein eigener Wunsch. Und selbst wenn Valentin das wollte, ist doch scheißegal. Es ist etwas zwischen denen im Wunsch. Das jetzt von vornherein zu klären, ist doch das Erwachsenste, was man machen kann. Das ist natürlich wieder falsch. Aber ich glaube auch, weil Vanessa war ja nicht dabei. Die hat jetzt nur gehört, was Alex ihr erzählt hat. Und wie Alex es erzählt, ist ja dann auch das, was bei ihr ankommt. So, wisst ihr, wie ich meine, da entsteht ja wahrscheinlich schon das erste Missverständnis, wenn der da sitzt. Ja, der Bub, der wollte mir, glaube ich, mal die Stirn bieten. Weiß ich auch nicht, was der will. So, reg mich auf. Das ist Politik. Ja, aber ich gehe auch nicht zu ihr. Warte, warum sollte denn Vanessa da hingehen? Was hat denn Valentina gegen Alex gemacht? Das ist doch nur, damit sie wieder... Er verlangt, die soll mich entschuldigen. Ich entschuldige mich nicht. Ich entschuldige mich nicht. Für was sollst du dich entschuldigen? Dafür, dass du sie öffentlich ausgeladen hast und damit gedemütigt hast. Aber davon kennt er ja nichts, weil es hat er ja noch nie gespürt. Das finde ich so krass. Guck einfach mal in den Spiegel, vielleicht fällt dir was auf. Ich gucke in den Spiegel und ich sehe was Attraktives und was Gutes. Punkt. Was ich sie entschuldigen, dass ich sie selber eingeladen habe. Ey, ich glaube nicht mal Vanessa weiß, dass es da wohl eine E-Mail gab. Das war so klar. Kenne ich. Alles gut. Ich bin nicht auf jeden Zug auf. Ach, was für ein Zug. Man hätte es doch einfach jetzt mal nochmal klären können. Sagen können, ja sorry, war scheiße von mir. Nö. Ich kann einfach nicht, wenn Menschen unfair werden. Aha. Aber dass Alex da eine Valentina auslädt, obwohl sie eingeladen ist, das ist natürlich nicht unfair werden. Seid ihr neu hier. Es gibt hier Fahnen. Es gibt hier Fahnen in diesem Konzept. Es gibt eine rote. Für scheiß Verhalten. Pick me. Weiß ich auch nicht. Manchmal wehe ich gut. Ich weiß gar nicht, was ich davon habe. Abo, dass ihr hier abonniert, ihr kleinen Schweinebacken. Und die grüne Fahnen. Und eigentlich habe ich schon lange in Planung eine blaue. Eine blaue für die Doppelmoral. Denn diese zwei Menschen sind Doppelmoral durch und durch. Wir haben einen Pots. Pass auf. Ich passe nicht auf, sie soll aufpassen. Ja. Leg dich nicht mit dir an, das sage ich dir mal, Vanessa. Warum ist das so gelb? Warum ist das ekelhaft? Hat da jemand draufgepisst oder was? Ich kotze gleich. Triggerwarnung, Kotzgeräusche, Leute. Es ist sehr brekkig. Ja, das ist halt wirklich ein Schweinestall. Aber ich habe dir jetzt schon mal ein bisschen geguckt, wer mit wem schläft. Eine Bettenverteilung. Da wurde auch festgestellt, es fehlt noch eins. Also ein paar fehlt, weil ein Bett ist frei. Die Stehfests kommen. Und wir sind ganz sicherlich nicht hier, um teilzunehmen. Sondern wir sind hier, um zu gewinnen. Auf jeden Fall. Chaka. Den kenne ich, den Linken von Dschungelcamp war der, ne? Ich bin der König der Welt. Wir sind die Stehfests. Und unser Name ist Programm. Weil ihr so Stehfest seid, oder was? Im Leben? Schön. Ich bin Edith Stehfest. Ich bin Erik Stehfest. Guck mal, die haben sehr parallele Tattoos. Also sehr viel gleich. Wir haben keine offene Ehe. Keiner von uns hat andere PartnerInnen an seiner Seite. Sondern wir sind die Base. Wir sind die Familie. Wir haben zwei Kinder. Du hast schon ab und zu andere PartnerInnen an deiner Seite. Ja, Frauen. Aber das hatte ja einen anderen Aspekt. Wo es um was ganz... Finde ich nicht. Wenn Edith irgendwie sexuelle Geschichten hat, ist das alles schön. Mach's mit Frauen. Mach's nochmal kürzer. Wenn Edith... Lass, lass, ich mach das. Musst mir das nicht vorsagen, bitte. Entschuldigung. Ja, verriegert. Okay. Ich bin natürlich eifersüchtig. Aber ich gehe eben durch die Eifersucht. Und der sagt eben. Ich habe verstanden, dass Liebe nicht brauchen heißt, sondern Freiheit. Loslassen. Ja, dann schauen wir mal, wie das so wird, wenn die jetzt hier einziehen. Alle sehr aufgeregt. Ja. Wollen sich präsentieren. Mich ist es schon herausfordernd mit so vielen Leuten. Ich mag halt nicht so Situationen, wo man halt sagt, das habe ich alles schon gemacht. Und was hast du denn schon alles gemacht? Und ich denke so, ich habe... Ja. Verstehe ich. Finde ich auch total unangenehm. Mag ich auch überhaupt nicht diese Situation. Also generell, ich versuche auch immer, das alles zu meiden, wenn ich neue Leute kennenlerne. Weil ich mir so denke, ist es wirklich so wichtig? Verarscht wo wie anderswo. Ich bin hier mit meiner Frau. Und ich werde mit meiner Frau auch hier rausgehen, wenn alle anderen längst weg sind. Denn sie werden gewinnen. Das haben wir schon mitbekommen. Weiß ich doch nicht. Aber dass sie die nicht kennen, finde ich krass, weil der war ja im Dschungel. Und Dschungel ist doch Endliga, oder? Wenn du da warst, dann hast du es geschafft. Schaut euch Gigi an, der ist seitdem ein deutschlandweiter Star. Schon traurig ein bisschen. Ist da für euch jemand dabei, wo ihr sagt Unfall, oder was? Ja, ja. Ist da für euch jemand dabei, wo ihr sagt Unfall? Ach, was heißt Unfall? Aber wo ihr mal Kontakt mit hattet, oder was? Was ist hier mit einem ein bisschen Stress? Alex hatte mal eine dumme Story gemacht. Ich war auf einer Party eingeladen. Okay. Und dann hat er mich öffentlich ausgeladen. Aber weißt du, ich messe mich da auch nicht bei so einer Person, die im TV oder Fremd geht und so eine Nummer abzieht. Deswegen kann ich das sowieso nicht ernst nehmen. Finde ich gut, Valentina. Finde ich gut. Und guck mal, jetzt seht ihr auch. Er fragt, ist es ein Unfall? Nee, eigentlich nicht. Hat irgendwie Probleme? Ja, sie ein bisschen. Die könnten jetzt auch hetzen. Ohne Ende tun sie aber nicht. Die erzählt das auch ganz neutral. Ich finde es generell einfach immer schwierig, wenn so etwas öffentlich ausgetragen wird. Ja, voll. Das ist halt echt so. Und es nicht privat stattfindet. Aber gut, das muss am Ende des Tages jeder selber wissen. Äh, gibt ihr ein bisschen Stress mit Valentina? Ja, ja, ja. Ziku ist hier, ne? Der, der, der klärt erstmal. Der will erstmal weiter wissen. Alex, was geht? Jetzt bist du schon rumgesprochen. Nee, ich, nee, ich hatte in der Küche mit denen gequatscht. Einfach nur gefragt, so, ey, gibt's irgendwelche, wo ihr schon mal irgendwie Stress mit hattet und so. Und der hat hier das nur erzählt mit dem Party oder so. Soll ich das sagen? Sie hatte sich damals quasi selbst eingeladen und direkt zehn haben ihr abgesagt. Sofort, weil ihr auf die nicht klarkommt. Hier quasi direkt im Flur zur Rede gestellt zu werden, vor allen Leuten. So leid. Guck mal, direkt hier, jetzt ist Can schuld. Weil er hat ihn zur Rede gestellt. Im Flur vor allen Leuten. Was ist das erstmal für eine dumme Scheiße? Ihr seid da und es sind überall Kameras. Wo er dich zum Fick zur Rede stellt, ist doch absolut scheißegal. Also schön für Szene so. Hab ich keinen Bock drauf. Für Szene, für Szene. Wenn die Szene wollen würden. Also was hat es denn jetzt damit zu tun, dass er ihn im Flur konfrontiert hat? Hätte er ihn da im Garten konfrontiert, das wird doch genauso ausgestrahlt. Ja, fand ich ein bisschen so zu erzogen. Ach, zu erzwungen, ne? Aber da zu stehen und zu sagen, ich hab ne Muschel für Vanessa oder was der da gelabert hat. Das ist nicht erzwungen. Vanessa hat diese Muschel verdient, weil sie ist ja ab jetzt die neue Partnerin. So sehr auf Druck. Mag ich nicht. Mag ich mich. Halt einfach dein Maul. Cheers. Cheers, Mann. Und ich freut mich. Ja, mich auch. Hey, Zico, pass auf. Nicht den Pakt mit dem Teufel hier eingehen. Wirklich, pass da auf dich auf. Ich glaube, der Zico ist zu gut. Der fällt auf so eine Person noch rein. Ich kann mir auch vorstellen, dass Zico vielleicht auch gar nicht Temptation Allen VIP gesehen hat. Ähm, und nicht weiß, wer dieser Mann ist. Oder auch Couple Challenge, wo er völlig ausgerastet ist und Christine angeschrien hat. Also eigentlich jedes Format, wo er dabei war, war Katastrophe. Auf jeden Fall. Zico. Ja. Zico, okay. Alex. Mach mal richtig. Zico, gerade kurz. Jemand, der das Verhalten von Alex feiert, ist kein Stück besser. Ist eigentlich genauso. Ein bisschen stimmt's, ne? Aber meinst du, er weiß es, Zico? Ich hole einmal den Zico beiseite holen. Und fragen. Ob der Lester hat der Alex? Oder? Ja, mach. Guck mal, jetzt auch hier. Wir haben ganz genau gesehen, das war Cans Motivation, da jetzt hinzugehen. Hast du auch einmal kurz? Ja, okay. Nur einmal kurz nachhalten? Ja. Du hast ja gerade mit dem Alex da gesprochen. Ja. Was hat er gesagt? Ich hab den halt darauf angesprochen, ne? Oh, oh. Weil ich immer gesagt hab, pass auf, ne? Ich hab mit euch gequatscht, so, ne? Mhm. Und ich wollte halt, ähm, wollte halt wissen, was Ambach ist, so, ne? Was heißt das, was Ambach ist? Schreibt's mir bitte in die Kommentare, bin ich zu dumm für. Hat er halt erzählt, so, wie, aus seiner Sicht, wie das war. Oh, was hat er denn gesagt? Ja, dass Valentina mich selber eingeladen hat. Kreise, verbreit der Lüge. Pah, Tan, das hättest du falsch, hättest du anders sagen müssen, hättest du sagen müssen, okay. Ja, hab ich schon mitbekommen, dass er das erzählt, das stimmt aber nicht. Ich hab die E-Mail gesehen, sie wurde offiziell eingeladen. So, hätt ich's gesagt. Danke dir, ne? Nicht dafür, alles gut. Ich sag dem ganz klar, erzählst du weiter Lügen hier rum, werde ich die ganzen Sachen veröffentlichen. Ohne Scheiß, weil mit Valentina legst du dich nicht an. Schön, dass du entgegenkommst, Alex. Ich hab ja schon jetzt hier von mehreren Personen gehört, dass du Lügen rumerzählst. Ach, hör auf mit deinem Spielchen, ja. Was für Spielchen? Komm mal einfach. Ganz kurz, was sind das jetzt für Spielchen, weil sie ihn jetzt direkt darauf anspricht? Alex. Alex, dann veröffentliche ich mal einfach, was für eine peinliche Nummer du abgezogen hast. Mich öffentlich. Entschuldige mich doch einfach. Mich öffentlich. Guck mal, ich rede ganz normal gerade mit dir. Kannst du nicht? Das zeigt doch wieder deinen Charakter. Er kann es nicht, weil dann ja herauskommen würde, dass er gelogen hat. Dass er vielleicht auch Vanessa angelogen hat. Dass diese E-Mail existiert. Dass diese Einladung wirklich da ist. Dass es dadurch ein Missverständnis oder so, dass Valentina da eingeladen wurde zu der Party. Das wäre ja das Problem. Aber dieser Mann wird sich nie etwas eingestehen von seinem Fehlverhalten. Niemals. Das ist egal, Mann. Das ist egal. Was machst du da? Du kriegst gerade deine Sendezeit. Bravo. Nein, was für Sendezeit? Nein, das habe ich mit Sendezeit zu tun. Ich muss mich gerne umziehen. Ihr stört mich gerade auf. Du sagst doch die ganze Zeit, du bist jemand, der steht für Aufrechtigkeit. Sorry, aber erklärt es doch draußen. Das, was da vorher war, hat doch nichts damit zu tun. Was für draußen. Draußen vor der Show oder was? Also ich finde, man könnte das jetzt schon hier klären, weil man sich sieht und die nächsten zwei Wochen vielleicht aufeinander abhängt. Vanessa, legst du dich mit mir an, legst du dich mit der Falschen an, okay? Das kann ich dir einmal jetzt hier persönlich sagen. Okay. 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 Du willst einfach nur dein Image hier aufpolieren, was du bei Temptation Island massiv verkackt hast. Punkt. Ey, die sind voll peinlich. Geh einfach auf. Richtig lächerlich. Das ist nicht richtig lächerlich. Wir wissen es doch alle, Alex. Du sagst ja, wirtschaftlich hat das einen Schaden angerichtet für deine Veranstaltung. Dann lässt du sie einfach ganz normal schreiben können, oder? Eigentlich ja. Merkst du was? Merkst du, dass sie hier treibt? Voll lächerlich. Und wieder immer andere reinziehen, Alex. Kannst du nicht deinem Mann stehen? Lappen, Alter. Lappen. Guck mal, Alex möchte halt nicht so behandelt werden, wie er Valentina behandelt, macht es aber trotzdem. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du auch so behandelt wirst. Habe ich zwar eben schon alles gesagt, aber ich wollte es nochmal kurz loswerden. Das war gerade so kompakt in meinem Kopf. Wollte ich noch sagen. Wie kann es sein, dass sie immer Plattformen kommen? Ich mag ja keine. Ja, deswegen ja. Aber die fällt auch auf dem Gerad. Ja, aber trotzdem will keiner sie haben. Ich weiß. Krass, wie sie drauf ist. Krass. Guck mal, wie ich zittert habe. Hat die mich sauer gemacht? Da habe ich so ruhig gedacht. Ich weiß, ich bin auch sauer. Soll ich andere abversuchen? Ich darf mich nicht aufreden. Nee, bitte. Hey, was man sät, das erntet man. Und was ihr gesät habt, erntet ihr jetzt, period. Sie möchte Anerkennung, sie möchte Aufmerksamkeit. Sie möchte im Rampenlicht stehen, im Fokus stehen. Und dafür geht es überleicht. Ich muss lachen. Ich muss lachen, das ist aus seinem Mund. Das ist einfach nur... Das ist wie ein Film. Sie ist gerade meine Freundin. Und ich bin offiziell mit zwei Frauen gleichzeitig vergeben. Das ist ein dummer Witz. Boah. Wir hatten einen Tag, Alter. Wie kann ich jetzt in Ruhe schlafen und sich denken, du findest doch selber keinen Frieden, wenn du so sehr hast. Sag das doch mal zu Alex. Morgen fit sein, ne? So, Prost. Prost. Heute besorfen wir uns so sehr, dass wenn wir besorbt sind, besorfen wir uns weiter. Du hast aber auch richtig ansitzen, oder? Nee, bei mir geht's tatsächlich. Das ist, wenn die müde ist. Ach, fickt der echt. Ich fand's Scherz. Ja, wie witzig. Ach, ich fand das jetzt nicht so schlimm von dem. Soll ich dir noch was einschenken? Ja, mach es mal. Die jagt auf alle Lampen an, du willst sie verarschen, Pia. Scherz, übertreib nicht. Fick dich. Fangen wir gar nicht mit an. Ja, ich glaub, das ist eine Frau, da brauchst du das nicht zu sagen. Die macht halt, was sie will. Ich brauch keinen Daddy oder irgendwie so eine dumme Scheiße. Der echst sich das Glas jetzt dreimal runter. Beruhigen wir uns jetzt mal. Ja. Ich rauche jetzt noch eine und dann möchte ich schlafen. Ja, ich auch. Mir wird langsam echt kalt. Soll ich dir eine Jacke geben? Nee, ich hab eine Jacke an, du Affe. Alter, schon ein bisschen gemein. Liebe, Liebe. Guck mal, die reizt da noch die Hütte ab, aber die ist nicht betrunken. Ich bitte euch. Pia, sorry. Alles gut. Und dann noch dieses Ekelviech, ne? Rest in peace. So, jetzt ist hier aber nächster Tag und es gibt hier ja auch Spiele. Die müssen heute auch antreten, also alle nacheinander. Wir sehen jetzt das erste Team, dann das zweite. Und ihr müsst euch vorstellen, dass die da, wenn die das Spiel gewinnen, gesaved werden. Es gibt hier ja auch Nominierungen und alles. Deswegen hängt da natürlich ein bisschen dran, dass die das hier gewinnen. Wir hören einen Maurice, der sich nochmal so richtig selbst motiviert auf der Toilette. Komm, Junge. Komm jetzt. Fokus. Komm jetzt. Jetzt geht es um die Wurst. Jetzt musst du liefern, wenn du jetzt dich lieferst, ein bisschen Lappen. Ein bisschen Lelleck, Mann. Ach, Mann. Das ist mein neues Lieblingswort. Grüße gehen raus. Liebe Stars, willkommen zum Spiel auf Abwägen. So, ihr seht hier auch schon direkt das Spiel. Stars auf Abwägen. Ihr seht, die haben da diese Klapperdinger da. Und da ist so ein Gummi dran gespannt oder halt ein Seil. Und da müssen sie den Parcours fahren. Aber man muss sich schon ein bisschen abstimmen und so. Das sieht jetzt vielleicht einfacher aus, als es ist, ist es aber nicht. Die scheint nicht so stabil auf dem Drahtesel zu sein. Könnte sein. Ihr müsst wissen, es geht hier auch alles auf Zeit, ne? Fertig? Ja. Los. Warte. Fuck it. Warte. Bist du fertig? Ja. Los. Eins, zwei, drei. Das geht ja schon gut los, die Scheiße hier. Wenn ich anfangen muss, Carina, dir noch das Fahrradfahren beizubringen, dann sind wir hier falsch. Also das ist etwas, wo ich eigentlich von ausgegangen bin, dass das jeder Mensch kann. Alter. Der ist echt hart mit der, ne? Ich... Carina, dein Ernst. Ich weiß. Diesen kleiner Trottel. Ist das dein Ernst? Der war ein Loch. Oh, Scheiße. Ey, kannst du mal ihr aufhelfen? Stattdessen guckt er, dass das Fahrrad hält. Was geht denn eigentlich da ab? Ey, ehrlich, das kann doch nicht so schwer sein. Ne, ist es auch nicht. Ist es auch nicht, Carina. Aber ganz ehrlich, ne, wenn sie jetzt wirklich so nervös ist und das mit dem Fahrradfahren nicht mehr richtig geschissen bekommt, was hilft einem da, jemanden neben einem zu haben, der einen so anguckt? Ist das dein Scheißernst? Oder jemand, der sagt, ach komm, ist alles gut, wir schaffen das. Ja, also Rennradprofi werde ich nicht mehr. Ach ja, Carina, ist gar keine Zeit für lustig zu sein hier. Ja, natürlich ist das Scheiße. Das ist totale Scheiße. Doch, sei lustig, wenn du willst, Carina. Ich fand ihn gut. Eins, zwei, drei. Zurück. Boah, dieser Blick, ne? Brutalprofi, wo kann wieder der einen anglotzt? Deine Augen sagen so, ich steche dich gleich ab. Ihr merkt, ne, bei den zwei, er nimmt es halt super, super krass ernst. Ricarda lacht ab und an, die soll die Schnauze halten. Jetzt bin ich... Nicht so schnell, nicht so... Okay, okay, komm. So, jetzt haben sie es aber geschafft auf das... Ach so, das müsstet ihr vielleicht auch mal wissen, ne? Es gibt dann immer so Plattformen, da ein Fahnsinn, wenn sie es geschafft haben, gibt es da eine Frage, die gestellt wird. Und diese Frage, wenn du die richtig hast, darfst du weiterfahren. Ich glaube, sonst musst du noch mal zurück sogar und die Station noch mal schaffen oder halt die nächste Frage dann richtig beantworten. Was ist ein Coca-Win? Was ist ein Coca-Win? Also, ich hätte gedacht, irgendwas mit Kokain? Ja, ein Tier. Ja, du bist auch ein Tier. Aber dann lese es doch richtig vor. Cock. Oh, weee. Oder so heißt das. Gibt es da nicht sogar einen Til-Schweiger-Film zu? Den müssten sie doch alle kennen. Och, Carina! Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein! Sag mal, der regt mich auf, wie der hier mit der umgeht, Alter. Wer hat sich denn dieses scheiß Spiel ausgedacht? Natürlich, das ist nur das Spiel. Sonst kannst du alles. Wenigstens hat sie es ein bisschen mal geschafft. Es war schon eine Besserung zu sehen. Also, ich mache ja auch schon Sport. Ich bin ja auch nur unterwegs. Und wenn man das sieht, wie viel beruflich ich mache, ist das eigentlich cool. Nein, siehst du, da haben wir es. Bitte ausreden lassen. Carina, da haben wir es. Immer die Ausrede, Ausrede. Immer der Beruf ist es, das ist es, das ist es, das ist es. Warum sie das macht, dass sie Ausreden sucht, weiß ich nicht. Vielleicht ist es Faulheit, vielleicht ist es Bequemlichkeit. Vielleicht ist es, weil man ja mit Aussehen auch weit kommt. Vielleicht ist es einfach Unsicherheit, weil du sie verbal da schon echt fertig machst. Welchen Aggregatzustand hat Balsamico-Essig? Cremig. Ja, ey, weißt du die Antwort? Flüssig! Achso. Der weiß die, weil die da steht, glaube ich. Mehr Power, mehr Power. Ich gebe doch mein Bestes. Meinst du, du kommst durch Lachen da weiter? Ja, was soll ich denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, soll ich weinen oder was? Aber probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, Maurice. Nimm Schwung mit. Du bist mir zu schnell. Bist du doof oder so? Du checkst es nicht. Schatz, du brauchst mich heute nicht mehr ansprechen. Ich meine es ernst. Weil du dich hier null anstrengst. Du lachst die ganze Zeit. Das geht ums Safe. Also die können auf jeden Fall auch richtig gut miteinander diskutieren, streiten. In einer Situation, wo es brenzlig wird, haben die zwei auf jeden Fall die Balance für sich gefunden. Dieses Negative gefällt mir nicht. Weil ich bin halt ein sehr positiver Mensch. Ich komme aus einer sehr, sehr positiven Familie. Willst du jetzt sagen, meine Familie ist negativ? Nein, weil meine Mama zum Beispiel und mein Papa, die sind zum Beispiel so. Du sagst, du kommst aus einer positiven Familie. Das bedeutet, ich komme aus einer negativen. Nein! Alter! Aber geil, schön, wieder ein Trinken, ein Rauchen. Das ist immer das Wichtigste im Leben. Ach, Maurice, halt einfach die Klappe ehrlich. Nein, schaffst du nicht. Anstatt dich mal irgendwo anders mal anzustrecken. Ja genau, du strengst dich wirklich nur beim Saufen und Rauchen an. Im Kader. Ich meine, die hat es auch weit geschafft, ne? Sind wir mal ehrlich. Die ist auch, die ist hier bei Sommerhaus der Stars, Maurice. Und ganz sicher nicht nur, weil sie raucht und trinkt. Ey, pass echt auf, was du sagst, ne? Ist mir scheißegal. Sag doch, was du willst. Geh gleich mit deinen Mädels, da trinkst du die am Wein und dann passt das schon. Ja, genau, Maurice. Noch ein Wort, ich schwöre, ich hau dir so eins aufs Maul, ehrlich. Stopp! Ach, ehrlich? Ja, du hast aber auch die gerade Strecke. Wenn ich jetzt noch einmal irgendetwas höre, warum es nicht klappt und es nicht an dir liegt. Okay. Ihr merkt, ne? Das Spiel ist wirklich nicht so einfach, wie man denkt. Es ist schon sehr nervenaufreibend. Jetzt fahr, 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 fahr. Oh, scheiße. Fuck. Jetzt ist es unmöglich. Warte, 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 warte. Meine Fresse. Wir mögen auch die ganze Zeit rum, wieso man das schafft. Fahr einfach, fahr, 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 fahr. Ja! Mein Gott, Alter! Geil. Die Newcomer haben es auf jeden Fall schon mal geschafft. Oh mein Gott! Oh, ich kann auch nicht. Der Ehrgeiz, der hat mir gefehlt. Dieses aggressive, Maurice, da habe ich keinen Mock drauf. Ja, aber ich spüre keine Power, ich spüre keine Energie. Es ist jetzt bei allen vorbei, ne? Also von diesem Team sind die auch wirklich die einzigen, die das jetzt geschafft haben. Bist du aus der Puste, bist du aus der Puste? Was ich zu wenig habe, äh, hast du zu viel. Ja, genau, bist du aus der Puste? Also du bist ja anscheinend auch nicht der aus der Puste, wenn du dir da noch fröhlich anschreien kannst. Und Schweißtropfen sehe ich da auch nicht. Von mir aus kotzig. Ja. Von mir aus kipp ich um und ich muss ein Sanitäter haben. Deswegen, wirklich, ich mache es, ich hoffe so sehr. Mein Wort, ich gebe mein letztes Hemd. Ich bin enttäuscht, ich bin sehr enttäuscht, sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Aber so enttäuscht wie hier der Toupet, Mann, kann es ja nicht sein. Ja, kannst du mal was dazu sagen? Ich weiß nicht, was da los war, keine Ahnung. Und was soll sie denn jetzt auch noch dazu sagen? Wir haben doch vorher schon Wochen gesprochen. Ich habe doch zu dir gesagt, bereite dich vor. Ja. Körperspannung, du, findest du noch lustig? Wie kann man das denn lustig finden? Lass doch einfach mal das Beste jetzt aus der Situation machen. Wieso musst du sie jetzt weiter noch klein halten? Das ist auch nicht lustig. Ja, aber da ändere doch was dran. Du kannst doch nur was dran ändern. Ja, aber ich komme mir doch selber vor wie so ein Vollidiot. Ja, aber das haben wir doch schon Wochen vorher gehabt. Es geht um Fahrradfahren. Ich weiß, ich komme mir vor wie ein Vollidiot. Naja, es war ja auch schon sonst ein bisschen eine Challenge. Wir haben ja gesehen, dass es jetzt wirklich nur die zwei Newcomer geschafft haben. Sonst hat das da kein Team geschafft. Also geht es hier, glaube ich, nicht nur um Fahrradfahren. Ich kann dieses Geräte nicht mehr, ich möchte nur noch Taten sehen. Ja, und dann halt einfach mal deine Schnauze. Dann kannst du es dir vielleicht auch mal beweisen. Aber wenn du sie die ganze Zeit fertig machst von links, weiß ich nicht, wie viel Bock man da noch hat und Motivation. Du denkst auch, wir alle sind Freunde hier drin. Nein, aber wieso soll ich denn... Schatz, ich habe dir gesagt gehabt, ich möchte nicht als erstes Dingens hier das Scheißding verlassen. Ich habe es gesagt. Sonst habe ich immer gesagt, sonst will ich hier nie daran teilnehmen. Habe ich dir immer gesagt. Immer. Immer. Aber Maurice, guck mal, die haben sich jetzt nicht gesaved und deswegen hat er jetzt Schiss in der Hose. Aber ihr seid doch jetzt nicht das Paar, das hier auf der Abschlussliste steht oder so. Wer saufen kann, kann auch Spiele gewinnen. Ja, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Das sind wir. Ja. Das ist unser Motto. Ach, scheiße, stimmt. Die hatten ja sowas von die Lampen an. Bin ich gespannt, wie die das Spiel jetzt meistern. Vielleicht mit einem kleinen Fontänenkotzer in eine Ecke oder Sonstiges. Bin ich gespannt. Ich glaube, wir sind ein wirklich sehr gutes Team. Dadurch, dass wir halt auch einfach schon sehr viel erlebt haben. Da bin ich total gespannt, wie gut dieses Team ist. Wir wollen endlich unseren Frieden und die Leuten zeigen, wie wir harmonieren. Ist gut. Ich wollte gerade sagen, als ob ihr wirklich denkt. Ihr kriegt da euren Frieden mit, wenn ihr da mitmacht und euch jetzt ja schon benehmt wie Scheiße. Also diese Sache mit Valentina war völlig uncool. Nicht falsch. Warum willst du das den Leuten zeigen? Du willst es dir doch auch selber beweisen, weil das, was die machen, ist es den Leuten zeigen. Ich weiß es ja. Ja. Ich weiß es ja. Ja. So. Wir zeigen den Leuten, wie wir wirklich sind. Ja, aber wir finden nicht unseren Frieden, indem wir Bestätigung bekommen. Das habe ich nicht gesagt. Den hat sie so angehört. Nein. Das ist wieder. Was ist wieder? Wieder. Unsere Kommunikation. Ne? Das ist normal. Jetzt hast du Sachen, die man, ne? Alter. Aber das zeigt doch irgendwie auch, dass die völlig unlogisch sind. Genau dasselbe hat doch Vanessa auch gesagt. Sie will zeigen, wer sie wirklich ist und bla bla bla. Das ist ja auch Bestätigungssuch. Jetzt sagt Alex das und das kritisiert sie. Also die wollen uns, glaube ich, alle glauben lassen. Die sind nicht da, um jetzt irgendetwas zu beweisen oder so. Aber eigentlich wissen wir alle, sie sind da, um Deutschland zu beweisen, wie toll sie eigentlich sind. Bin ich gespannt, ob das wirklich so aufgeht oder nicht. Schlag das Märchenbuch zu. Ich sehe schon, Can hat ein kleines Problemchen mit der Ei-Situation. Ich wollte ja noch ein Wort zu bringen, aber ich fiff ja gar nicht sein. Was machst du? Ich sah jetzt nicht so vorteilhaft aus, ne? Mit so eingeklinkten Boden, dann der Pimmel da durch die Kälte. Ja und, welchen Frauen willst du gefallen da draußen? Was heißt Frauen gefallen? Aber es war einfach unangenehm so. So kalt, vielleicht wie gar nichts mehr da. Ey, das Ding ist, würde ich nicht die ganze Zeit da ran rumfummeln, würde doch keine Sau dahin gucken. Äh, was ist ein Kokowin? Was ist ein Kokowin? Keine Ahnung, ne. Was, Mann? Kokowin, das willst du nicht wissen. Hä, was redest du, Mann? Was ist ein Kokowin? Ja, aber lass mich doch überlegen, Mann! Du weißt das nicht. Was sagst du? Ich weiß es nicht, Mann. Dann hör ich gleich direkt auf. Was ist ein Kokowin? Hier! Alter, das fand ich nicht in Ordnung von ihm. Nur weil er zu dumm ist, da irgendwas auf Französisch vorzulesen, wäre es schuld. Valentina, weil die ist ja noch dümmer. Die wird es ja sowieso nicht wissen, weil er so dumm ist und es nicht weiß. Wünsche ich so niemandem. Kokowin ist ein, äh, ist ein Gericht. Also ein Essen, ein französisches Essen, glaube ich. Ja, geil! Sehr gut gemacht, Baby. Die Pia hat was auf dem Kasten mit 5,0 Promille am Vortag. Das ist doch kein Problem. Ja, das ist eine alte Schnapsdrossel, ne? Mann, was ist denn mit dir? Das weiß ich so nicht, Alter. Aber wie kann man also demotivieren? Ich kenn dich doch, Schatz. Ja, am Arsch kennst du mich, Alter. Am Arsch. Ich wusste, wenn wir ein Spiel machen, dass du einen demotivierst. Du bist einfach nur asozial. Das finde ich wirklich assi hier auch gerade von ihm. So, das lese ich nicht mal vor, weil ich kann es nicht vorlesen. Worauf schiebe ich es auf dich, Valentina? Ja, weil du allein diese Frage so machst. Ja. Kann man so sein, Alter. Wie kann man so ein Mensch sein, Alter? Weißt du, so wie du dich? Das Einzige, was den kümmert, ist wirklich nur seine Hoden-Situation, ne? Schniedel ist ja sowieso schon nicht mal da, schon in den Körper reingefahren. Aber das ist ja schon sehr unsympathisch, oder? Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und rüber. Und gib Gas. Stab, nicht zu viel. Das war doch viel zu schnell. Alex. Komm, schieb ganz normal. Schieb normal. Ja, hör doch mal auf. Gut. Bei denen läuft es wie geschmiert, weil das sind das beste Team. Weißt du, wie gefährlich das ist, Alter? Siehst du, wie gefährlich das ist? Was denn? Was hat er denn gemacht? Was soll ich jetzt machen? Dass du das jetzt trägst. Jetzt nimm diese scheiß beiden Fahrräder. Du wirst doch wohl diese zwei Dinger hochkriegen, oder nicht? Alter, aber guck mal, das ist ja wirklich eigentlich nur eine Reaktion darauf, dass er sie wieder so bloß gestellt hat. Du bist sowieso so dumm, du wusstest die Frage, die Antwort nicht. Und das ist jetzt, glaube ich, einfach nur ihre Reaktion. Also, das ist natürlich nicht gut, ist ziemlich asozial, toxisch wahrscheinlich auch. Aber finde ich krass. Also, deren Beziehung, so richtig wertschätzend ist es hier ja nicht. Und ich glaube, der denkt halt, ich weiß gar nicht, was los ist. Oh, nee, wenn ich das schon sehe. Ja, was? Nee, echt wirklich. Hat mal Respekt. Ja, was für Respekt, Alter. Das hat nichts mit Respekt zu tun. Mach sie. Wie ein auf dicke Hose jetzt. Aber du ja eben nicht, ne? Und das war auch sehr respektvoll, zu sagen, sie ist zu dumm, dass sie das beantworten kann. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Er macht das scheiß alleine, wirklich. Was habe ich jetzt gesagt? Jetzt im Ernst. Was habe ich jetzt gesagt? Ich habe einfach nur gesagt. Wann hat die Scheiß zwei Fahrräder zu schleppen, wenn ich doch schon nicht mehr kann? Eine Frau hat zu kochen. Und ich koche nicht. Ich kann es mir leisten, es zu gehen. Punkt. Okay. Nee, keine Zeit für Kissen. Ich muss mich doch konzentrieren. Da will ich doch jetzt nicht viel küsse. Wann ist er richtig abgefuckt von Alex? Okay, jetzt weiß ich, was zu tun hat. Wir schaffen das. Ja, dann hör mal auf, nicht zu viel zu reden. Wir müssen auf gleicher Höhe bleiben. Also, da rede ich doch noch einen Satz. Kein Problem. Ich habe noch ein paar Horten per To. Einfach mal machen. Und in der inneren Kurve musst du wieder langsamer werden. Dauert mir alles zu lang. Gas geben. Alles gut zu schaffen. Husch, husch bringt nichts. Da fehlt die Konzentration. Aber ein bisschen husch, husch wäre schon angebracht. Wie gesagt, dieses Spiel geht auf Zeit. Und es geht darum, sich zu safen. Und ich glaube jetzt auch zum Beispiel, die sind jetzt nicht unbedingt beliebter. Also jeder, der die Tim Tischen eine VIP-Staffel geguckt hat, hätte auf jeden Fall einen Grund, die zu nominieren. Deswegen wollte ich atmen, mehrfach. Ja. Atmen. Ja. Zwei, drei Atemzüge. Ja, komm, ist gut jetzt. Nein, ist nicht gut. Und los. Ich muss nach außen. Und das. Wir schaffen das. Nicht. Du hast nicht gezogen. Was mach ich wieder? Nix. Ja. Weiter. Die hat den gar nicht gezogen, oder? Wir schaffen das. Nicht. Wir schaffen das. Nicht. Das war sein eigenes Schuld. Aber wer ist wieder schuld? Natürlich die anderen. Mann, das ist Alex Petrovic. Was erwartet ihr? Kein Bock mehr, bin ich dir ehrlich. Ja. Pass auf, Mann. Mach keinen Sinn. Ich bin dir ehrlich, macht keinen Sinn. Krass, die geben auf. Ich auch krass. Aber weiß ich nicht, ne? Das hat ja wirklich gar nicht funktioniert bei den zwei. Ich glaube, Valentinas Motivation ist auch einfach am Keller, weil er die Fragen immer vorliest. Und man denkt sich ja jetzt sowieso schon so ne Fick dich. Wie soll das funktionieren? Sag mir. Wie soll das funktionieren? Hä? Was machst du denn da? Ich hör auf. Und warum ziehst du dich jetzt so aus, Alter? Was? Nein, weil das spannend. Weil du wieder posen willst und sonst was. Was für Posen? Wo ist die? Wie soll ich so posen? Ist doch nur ein Spiel. Nein, Alter. Ich bin da hingekommen. Weißt du, wie schwer das war? Das war das Erste, was du sagst. Ich kann die Frage nicht. Schatz, Mann. Was ist los? Nein. Was ist los? Wie, was ist los? Was ist los? Hör ihr doch zu. Sie hat es schon wieder versucht, dir zu erklären. Junge, weil du dich demotivierst. Komm, Schatz. Nein. Du kannst dich nicht in mich hineinversetzen. Scheiß kannst du. Ja, das ist glaube ich wirklich deren Problem. Wir gucken zurück zu Alex und Vanessa. Manu, konzentrier dich doch einfach. Ich glaube, du sollst vielleicht echt mal nicht so viel reden. Nein. Scheiße. Scheiße. Das ist unmöglich hier, die Scheiße, Alter. Komm, Baby. Bitte. Bitte. Kämpf. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Mann. Jawoll. Boah, bin ich im Arsch. Geil, Baby. Geil. Richtig geil. Ach. Wäre als man dachte, er nicht. So schwer war es nicht, sagst du ehrlich. Doch, für mich war es sehr schwer. Ja, für dich, ja. Ja, mein Gott, es ist frustrierend. Ich habe eine andere Körpergerechtsverteilung. Das ist nicht leicht. Genau, das ist nicht leicht. Er hat nämlich auch Ausreden ohne Ende, wenn er denn will. Leicht. Du bist trotzdem hektisch. Du hättest ganz oft einfach ruhiger werden müssen. Ja. Ich habe ruhig gehabt. Du kannst es nicht verstehen, Vanessa. Das war nicht, ich bin hektisch oder sonst was. Ich habe alles richtig gemacht zu 100%. Nicht unser Game. Doch, meinst schon. Deins, aber nicht unser als Team. Als Team war es nicht unser Game. Meinst schon. Aber ich finde nicht krass, ne? Alex hat ja schon recht. Sie sind ein Team. Wenn die da so sitzen und sagt, meinst schon, du warst so schlecht? Weiß ich nicht. Hallo? Können wir? Nein, ich meine es ernst. Ich brech, glaube ich, ab. Du brichst ab. Warum brichst du ab? Kein Bock mehr. Alter, das sind solche Drama-Queens. Also wirklich, Valentina und der, ne? Die geben sich da nichts. Bleib jetzt stehen. Nein. Guck mal. Du guckst wieder nur auf dich. Du willst mich nicht verstehen, so wie es immer ist. Also sorry, deine Aktionen waren einfach unter aller Saues. Was für Aktionen? Also das mit dem Fahrrad und so war echt assi. Aber sie hat es gemacht, weil du sie vorher ja schon wieder gedemütigt hast. Du willst mich einfach nicht verstehen. Ich habe panische Angst vorm Fahrradfahren. Aber allein das her. Siehst du? Warum? Warum machst du das? Du verstehst mich nicht. Ist doch okay, du hast panisch Angst. Nein. Du verstehst mich nicht. Warum willst du jetzt? Nein, weil du mich nicht verstehst. Doch, ich verstehe. Ich verstehe sie, glaube ich. Also sie hat panische Angst vorm Fahrradfahren, hat sich dann aber überwunden, das zu machen. Dann sind sie da zu dieser ersten Etape gekommen. Sie hat sich gefreut, war stolz auf sich in dem Moment und dann hat er es sofort wieder zerschlagen, weil er da steht. Cock o Wien. Das weiß sie sowieso nicht. Oder? Nein, du verstehst mich nicht. Ich wollte dich in den Arm nehmen. Ich habe gesagt, komm, wir kriegen das hin. Du liest die Frage vor uns, vor du hast ein Wort überhaupt vorliest, sagst du, weißt sowieso nicht. Und jetzt will ich die Karte schon hinschmeißen. Das versteht er nicht. Was ist das, Alter? Hattest du genau die gleiche Angst wie ich? Punkt, ich gehe jetzt. Siehst du? Nein, alles gut. Ich mach mich nicht länger zum Affen. Was, sag doch mal irgendwas dazu. Ich glaube, der hat langsam gecheckt, okay, war doch blöd von mir, aber der macht sich jetzt nicht mehr zum Affen. Obwohl, hat er es gecheckt. Also im Endeffekt war es ja seine Unsicherheit, richtig vorzulesen, ne? Wenn du jetzt da reingisst vor den Leuten, siehst du das, meine ich, du rennst immer weg, du kannst es nicht zu Ende auszustellen. Nein, aber was willst du? Du willst immer da weiter lang gehen, dass die es hören. Aber was machst du jetzt hier gerade? Ja, die will das mit dir besprechen, dass es bei dir klickt, verdammte Scheiße. Das ist vielleicht nicht mehr passiert. Also ihr werdet da, wenn ihr bleibt und jetzt nicht aussteigt und euch keiner rauswählt, noch viele solcher Spiele haben. Die sind alle darauf ausgerichtet, dass man als Team halt irgendwie funktioniert. Und das wird dann nicht funktionieren, wenn John sie immer klein hält. Vor ganz Deutschland. Das ist wieder deine Sache, vor ganz Deutschland. Siehst du immer vor ganz Deutschland, immer alles. Hör mir doch einfach mal zurück. Willst du jetzt Sendezeit? Oder was ist das? Alter, was ist mit dir? Boah, ich finde das auch brutal provokant, wenn du da kommst, willst du jetzt Sendezeit, ne? Digga. Du verstehst nicht. Nein, wie alleine da reitest. Ja, du verstehst es nicht. Das ist das Problem. Sei unasozial. Wie kann man so... Was machst du jetzt gerade? Wie kann man so empathielos sein? Weil ich gesagt habe, du kannst das Wort nicht, oder was? Ja, genau. Lass mich in Ruhe. Ich will nur Sendezeit. Geh mal, geh mal weg. Das ist ein Rimmelche. Ja, in Minecraft. Geh mal ganz schnell weg. Geh weg. Ich sage auch manchmal Sachen. Hau einfach Sachen raus. So, und das machst du genauso. Ja, aber mich nicht voll. Was soll das? Sag mal bitte. Ich habe kein Lust mehr. Sorry. Entweder du redest jetzt vernünftig, oder ich bin weg. Nein. Irgendwo reicht es mir auch. Immer diese Drohungen. Das hat nichts mit Drohungen zu tun. Ich habe meine Prinzipien, und hier ist ein Punkt angekommen, wo ich den Cut setze. Das glaube ich halt nicht. Also ich glaube, der denkt erst mal an die Prinzipien, aber das wird doch immer ständig bei denen so sein, oder diese Situation. Und dann dieses, ich brech ab, oder vielleicht auch, ich mach Schluss oder so. Man weiß es ja nicht. Aber wir kennen es doch alle aus unseren Jugendjahren. Diese Spiele haben wir alle gespielt, sei ehrlich. Schämen solltet ihr euch. Entschuldige dich. Komm jetzt hier hinten, entschuldige dich für diese Aktion gerade. Immer dann entschuldige dich und sonst was. Ich finde das auch krass. Warum muss sie sich jetzt entschuldigen? Er hat doch damit angefangen. Also das ist doch jetzt hier nicht Sinn der Diskussion. Hör doch jetzt mal auf. Nein, wenn du dich jetzt hier nicht entschuldigst, dann gehe ich. Das ist schon eine Erpressung, oder? Das ist schon eine Erpressung. Keiner muss sich entschuldigen. Nein, dann entschuldige dich jetzt, sonst gehe ich. Ach komm. Hä, was redest du? Nein, komm. Hey, guck drauf. Was habe ich jetzt gemacht? Das ist so echt lächerlich. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, der will halt seine Ehre verteidigen, als Mann. Aber so funktioniert das nicht, Can. Ich habe dir gesagt, komm mit mir rein, wir ziehen das durch. Bist du dir sicher, habe ich gesagt, sonst gehen wir da nicht rein. Wenn du so weitermachst, gehe ich. Dann siehst du mich nie wieder in deinem Leben, das schwöre ich dir. Okay, jetzt kommt eine Drohung von Valentina, da würden mir auch die Knie schlottern. Und dann werde ich so über dich auspacken, wie du gerade mich hier öffentlich darstellst. Dann wirst du sehen. Ich meine das ernst, wenn du gehst, mache ich Schluss. Alter. Ja, dreimal dürft ihr raten, dann geht er natürlich nicht. Also, die wollen heiraten. Überlegt euch nochmal. Bin ich ehrlich. Hi. Hi. Hello. Hi. Komm, Schatz. Hi. Ich muss kurz was zu trinken holen. Wenn ihr eure Wüßchen wollt, die sind jetzt drauf, ne? Halt's mal. Ohne, Schatz, was will der denn? Keine Ahnung, ob das alles so eine gute Idee war, hier reinzugehen. Ja. Bislang sieht es irgendwie schlecht aus. Ich kann auch Can nur vor den Kopf gucken, auch wenn wir neun Monate zusammen sind. und verlobt sind. Egal, was ich mache. Merkst du es nicht? Ich kann aus der Situation gerade nicht raus. Ich fühle mich gerade unfassbar unwohl. Und du kannst dich aufhören. Du kannst dich einmal runterschlucken und einmal gut sein lassen. Aber das ist doch gerade voll auf beiden Seiten. Also du hast sie doch... Ach komm, weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und blendet jetzt einfach mal aus, was Valentina für ein Mensch in euren Augen ist oder war, sondern nur bezogen auf dem, was wir heute hier gesehen haben. Okay? Zwischen den beiden. Also diese Beziehungs... Äh, wie heißt das? Beziehungs... Ihr wisst, was ich meine. Beziehungsverdammte Scheiße, wie heißt denn das? Wie die halt zueinander sind. Dynamik, meine Güte. Trenn dich, brüllen. Ja, ich mache mir die Schuld. Aber was heißt denn Schuld? Du machst... Ich mache meine Haare. Wir können wirklich nicht gut miteinander kommunizieren. Das ist traurig. Weil ich finde, ähm... Valentina sagt schon offen, was ist. Man muss es halt dann irgendwie auch mal annehmen an Jans Stelle, ne? Also er hätte sich ja einfach von vornherein entschuldigen können und sagen können, ey, sorry, du hast recht, das war Kacke von mir gerade. Ich wollte dich nicht darstellen, dass du jetzt so die Blöde bist. Eigentlich war ich sogar das Problem, weil ich war zu dumm, das richtig vorzulesen. Tut mir leid. Komm, wir reißen uns zusammen. Wir rocken jetzt das Ding weiter. Ich glaube, dass Valentina das auf jeden Fall annehmen würde. und dann nicht gesagt hätte, hier, trag dich scheiß Fahrräder, Alter. Ich bin nicht dumm. Ich war auf dem Gymnasium. Wir haben Wissen für den gemacht, ne? Jetzt habe ich ihm gesagt, ey, eure Wissen fertig. Dann die Myurine nehme ich in den rein. So, ey, da? Oh, wow. Den Kierenreiz. Das ist respektlos dem Essen auch gegenüber. Ja. Jeder Mensch hat das Bedürfnis zu essen. Das finde ich jetzt krass. Das finde ich überhaupt nicht krass, Alter. Der wollte sich nicht entschuldigen und sagt die ganze Zeit irgendwie, die macht hier Show und Kindergarten und dann wunderst du dich, dass sie deine scheiß Wurst nicht wollen. Hallo? Selbst Häftlinge jetzt übertrieben gesagt im Gefängnis bekommen Essen. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Ja, du hättest ja einfach die Wurst braten können und dann hätten sie sich schon genommen. Das heißt, das entzieht man niemanden, auch wenn man jemanden persönlich nicht mag. Und wenn man das dann irgendwie da nicht wertschätzt, dann finde ich das schon sehr respektlos. Ja, das ist also, der will mir irgendwas von Respekt erzählen, das kann ich mal in den Arsch schieben, ganz ehrlich. Das würde ich bei der Nominierung ansprechen. Werden die nicht gesaved sind? Komm, oh mein Gott. Mein Ziel oder unser Ziel, so haben wir es zumindest besprochen, war, dass wir hier bei den Spielen wirklich alles geben. Du gibst die Schuld immer anderen. Das hat gewackelt, der Lenker, der, der. Wir haben alle die gleichen Bedingungen. Hör mal, das stimmt ja auch, Tim. Aber du drängst sie doch dazu, eine Rechtfertigung für ihr Verhalten in dem Moment zu finden. Woher soll die wissen, warum sie gerade da kein Fahrrad fahren kann? Obwohl sie genau weiß, sie kann eigentlich Fahrrad fahren. Aber in dem Moment klappt es halt einfach nicht. Vielleicht ist es die Aufregung. Vielleicht ist es die Angst vor dir zu versagen. Denk doch mal darüber nach. Nee, tut der nicht. So weit geht der nicht. Nur anschuldigen, anschuldigen, anschuldigen. Geht doch nicht, hast du einen Weg. Und ich hoffe, dass das hier oben bei dir, unabhängig von mir, für dein Leben Klick gemacht hat. Ich hoffe, bei ihm macht es auch Klick, dass du so nicht mit den Leuten umgehst. Ja, ich möchte ja nicht der Vater sein. Ich möchte dir helfen. Ich habe schon das Gefühl, du möchtest hier der Vater sein. Lässt auf jeden Fall ordentlich raushängen. Und das ist doch nicht, weil du mir etwas beweisen musst. Du musst es dir selber beweisen. Du musst ja gar niemanden irgendwas beweisen. Weil ich denke jetzt auch gerade, so meinst du, man soll es wieder abbrechen. Ich würde auch abbrechen, wenn ich jetzt weiß, mit wem ich da spiele, wie der mich null motiviert, mich noch runter macht und so. Hätte ich auch keinen Bock. Bist du bekloppt? Ich spreche doch hier nichts ab, Carina. Mir ist das jetzt auch super unangenehm. Du weißt aber, wo wir hier sind. Ja, ich weiß. Das ist nicht nur schön stehen und bisschen schön aussehen und tralala und bisschen hier, bisschen scho, scho, da, scho. So ein bisschen habe ich mal zuvor gestimmt. Komm, hör auf mit der Scheiße. Nein, nee. Hör mir bitte auf mit der Scheiße. Komm, hör auf mit der Scheiße, mir hier deine Wahrheiten, deine Meinungen zu sagen. Schweig einfach. Die darf wirklich nichts. Dieses Leben ist kein Ponyhof und wenn du irgendwo hinkommen willst, dann musst du verdammt noch Scheiße dich zusammenreißen und kämpfen, kämpfen. Kämpfen, kämpfen und so geile Lyrics schreiben, wie ich hab ne Zwiebel auf der Kopf, ich bin Döner, sonst wirst du es nicht schaffen. Carina, verdammt scheiße. Vielleicht habe ich echt Chancen. Na ja, jetzt ist auf jeden Fall hier die Verkündung, wer denn heute gewonnen hat. Wir wissen ja, Zico und Pia waren im Ziel und die Neuen. Da muss ich noch Namen lernen, ist aber kein Problem, ihr seid toll. Pia und Zico, ihr habt dies in der schnelleren Zeit geschafft. Somit seid ihr vor der kommenden Nominierung geschützt. Ich fände das so geil, dass die gewonnen haben, weil Pia ja so besoffen war und trotzdem, mit diesem fetten Kater, den sie wahrscheinlich hat, das Ding gerockt hat mit Zico zusammen. Finde ich super, richtig gut. Freue ich mich für die zwei. Grüne Fahnen und herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier und zur Nominierungs-Safung. Das heißt, keiner kann sie jetzt wählen, ne? Wir sind ne Runde weiter, wir sind safe. Zwei von acht. Ja eben, und deswegen du... Sechs haben es nicht geschafft. Ja, und ich gucke, zwei haben es geschafft. Na klar. Ey, das ist... Was ist das denn? Verdammte Scheiße. Das ist ja auch gar nicht das Spiel. Es geht ihm nämlich nur um sich, dass er sich hier blamiert vor Deutschland, weil er eine Freundin hat, die nicht mal Fahrrad fahren kann. Sind wir doch mal ehrlich. Fakten auf den Tisch. Sondern? Was war das für ein komischer Moment? Ja, es ist so, weißt du, mir tut's weh. Was tut dir weh? Dass es jetzt so bei ihr ist. Genau, das tut ihm weh. Der Herr Bin mitleidet sich nur selber, dass Tim Topeda mit einer aufschlägt, die anscheinend ein totaler Loser ist. Und das meine ich überhaupt nicht so. Ich denke nicht, dass die ein Loser ist. Auf gar keinen Fall. Die konnte jetzt gerade nicht richtig Fahrrad fahren, aber Alter, zwei von acht Leuten haben es sowieso nur geschafft. Ich bin einfach enttäuscht. Guckst du auch nicht gerne zu, wenn deine Partnerin nicht gut dasteht. Scheiße. Meint ihr, da sitzt irgendwer sonst von den Pärchen und macht seinen anderen gegenüber da so rüber? Das machen nicht mal Alex und Vanessa. Ich kann dieses, du hast Reha, du hast wie immer recht, du hast wie mich, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Dann hör doch einfach auf, immer auf sie einzureden. Oh, ist das eine Scheiße. Die lehnt sich an und er, oh, ist das eine Scheiße. Aber die dackelt dem auch die ganze Zeit hinterher. Das ist hier keine gute Beziehung. Also auf Augenhöhe ist das auf jeden Fall nicht. Du warst so Feuer und Flamme. Du weißt alles, wo wir jetzt hier hingehen. Oh, no, no, no. Das ist eigentlich eine riesengroße Chance für dich. Für dich, nicht für mich, weil ganz Deutschland kennt mich. Ich kenne dich nicht. Noch nie gesehen. Also ich glaube, auch für dich ist das hier eine Riesenchance. Für jeden, der hier im Sommerhaus mitmacht und auch jetzt nicht für einen, der vielleicht weniger bekannt ist, irgendwie mehr. Also was soll die Scheiße eigentlich schon wieder? Das war schon wieder so richtig. Da hatte die Bühne und der ist ja, ich meine, der hat ja auch immer so abgedroschene Sätze. Ich weiß nicht, wo nimmt der die her aus der Bravo Girl? Ich weiß noch nicht, was war, aber im Endeffekt ist nur wichtig, was ihr beide voneinander haltet. Egal, was wir sagen, egal, was draußen passiert, was ihr beide voneinander das Wichtigste haltet. Das ist das Wichtigste. Alter, und Maurice hat so gecheckt. Ich glaube, der merkt auch hier, dass dieser Tim heult, weil er so enttäuscht ist von der Alten und nicht, weil dem Tim Topé das leid tut, dass sie jetzt vielleicht schlecht vor Deutschland dasteht. Das juckt doch keinen. Der denkt doch jetzt keiner, boah, die ist ja so dumm, die kann hier mehr Fahrrad fahren, als ob. Als ob. So. Und dass Maurice das erkennt und das jetzt hier auch mal sagt, finde ich richtig gut, weil das sind genau die Worte, die dieser Tim Topé mal hören sollte. Kannst du es formulieren, Tim, was es ist, was dir wehtut dann? Nein, dass ich dann scheiße dastehe, das will er nicht. Oh Gott, Tim, was für eine Scheiße ist das hier? Genau das wolltest du eben nicht. Guck mal, genau das wolltest du eben nicht, weil es ihn nur um seinen eigenen verfickten Arsch geht. Alt A. Sorry, das regt mich einfach auf. Das regt mich einfach auf. Im Endeffekt, er wäre auch nicht in Sommerhaus der Stars, wäre Carina nicht, weil du da nur als Paar reinkommst. Versteht ihr das? Der braucht die genauso. Ist so. So, und jetzt ist hier aber so eine Vornominierung, das machen die immer. Das heißt, jedes Paar muss sagen, wen sie nominieren würden, aber das ist nicht real. Also die Nominierung ist dann erst am darauffolgenden Tag, aber dann wissen die schon mal, die ein bisschen unsicher sind, okay, wir stehen auf der Kippe und ich glaube, es folgt dann auch noch mal ein Spiel, wo die sich's helfen könnten. Wenn wir heute nominieren, müssen, würden wir Erik und Edith wählen. Krass, dass die die wählen, aber ich glaube, ich weiß auch warum, weil die stark sind. Ich bin der König der Welt. Ich wäre bei Claudia tatsächlich einfach aus dem Grund, weil ich bei ihr wirklich merke, dass das für sie hier einfach nichts bedeutet. Ja, auch ein guter Grund. Und jetzt haben wir uns ganz klar für Claudia Obert und Max entschieden. Weil die halt so respektlos da gebumst haben, als wir gekommen sind, ne? Bisher fand ich den Alex bisschen ruhig. Der trinkt nicht, raucht nicht, sitzt und gedeiht, verdaut. Wenn der wüsste, was eigentlich in dem schlummert für ein Tier, ne? Für ein Godzilla. Deine Frisste. Bleib jetzt hier. Ich hoffe, meine Mutter spricht das da. Lauf rein, Alter. Geh rein, geh rein. Deine Herren? Deine Frisste, Alter. Du blamierst uns hier gerade. Du blamierst uns. Du mit deinen kleinen Hirn. Mit deinen Erbsenheeren. Vielleicht kommt er ja noch raus. Dann hast du ein bisschen Entertainment. Wenn heute die Nominierung wäre, würden wir Alex wählen. Das war klar. Wie hieß sie von Alex? Das war die Vanessa. Aber die hat er, glaube ich, vor irgendeinem Escort, die geht dann mit ihm. Alter, Claudia. Die ist krass, Mann. Wirklich wunderschön, aber auch eine Kopfhückerei für die Seele. Bin ich ganz sicher, dass wir von Valentina und Can gewählt werden. Aber sonst von keinem, weil wir sind sehr beliebt. Wir sind tolle Menschen. Andersherum würden wir auch die beiden wählen. Unsere Entscheidung geht an Valentina und Can, weil wir haben keinen Bezug zu denen. So passt nicht mit uns, wir kommen nicht miteinander klar. Das merkt man schon. Keine Sympathien. Ich glaube, die hat einfach eine richtige Meinung über die. Ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Jeder soll hier wählen, wen er wählen möchte. Es macht doch Sinn, die stärkste Person rauszuschmeißen, die die größte Konkurrenz ist. Und das sind in meinen Augen Valentina und Can. Ihr habt die meisten Stimmen gegen euch. Damit seid ihr bei der kommenden Nominierung am stärksten gefährdet, das Haus verlassen zu müssen. Und wer war's? Also wir waren's nicht. Crazy, Alter. Da haben wir auch zwei Stimmen. Ich glaube nicht, dass der weiß, wer da neben ihm steht. Sonst wäre er auch nicht so überrascht darüber, dass hier Vanessa und Alex haben auch zwei Stimmen bekommen. Werden wir nicht so überrascht. Spare dir dein komisches Alex, spare dir das. Guck mal, die haben wir versucht. Hast du gehört? Hm? Du hast anscheinend gemacht. Lass es einfach. Alex, lass es einfach. Schau mal durch. Echt, Alter. Die macht jetzt ihre Taktik. Lass doch einfach. Das sieht jeder Blinde aus dem Flugzeug, dass man da auf Zwang versucht, jetzt irgendwie mich aus der Reserve zu locken. Jeder kann auf Zwang zwei Wochen lang treu sein, damit ich dann vielleicht laut werde und dann kann man später mit dem Finger auf mich zeigen und behaupten, der misogyne, toxische, unterdrückende Mann hat die arme kleine Maus angeschrien. Alter, darum geht es hier keinem. Es geht doch einfach nur darum, dass du die Eier hast, zu sagen, ja, es war so, ja, ein anderer Organisator hat dich eingeladen, das war scheiße, daraufhin habe ich so und so reagiert, das war auch scheiße, tut mir leid. Hey, das ist doch eigentlich nur das Einzige, was auch Valentina hier will. Die will doch nicht mit dem Stress machen oder sonst was, sondern nur diesen einen Fakt klären. Wortet ihn bitte raus, weil er aggressiv ist. Aber weißt du, die Leute trauen sich halt nicht, ins Gesicht zu sagen, das ist es ja immer, aber das kennst du doch, oder? Du mir scheißegal. Ohne Witz, das sollte dir auch scheißegal sein, Valentina. Schneid dir deine Scheibe von Claudia ab, ein bisschen wuser, dann wird das Leben auch besser. Lappen, Lappen-Alex, wirklich richtiger Lappen. Richtiger Lappen. Geh da mal hin, Schatz. Komm, wir gehen da mal hin. Zu Ihnen? Zu Alex. Geil, was passiert jetzt? Wollt ihr uns gewählt, einer von euch rein? Schwöre. Ah, guck mal, die hat gelogen. Mit der Dicke, die hat gelogen, die hat die doch gewählt. Nein, ich freu ja auch nicht, was. Aber was ist denn mit dir los eigentlich? Was ist denn eigentlich mit dir los? Wie, was ist denn mit dir los? Ich hab heute Würste für euch gemacht, ich ignoriert mich, ich gehe da vor rein, ja. Hab ich gefragt, ob du Würste machst? Aber warum soll ich Würstchen von dir annehmen? Weil das Menschlich ist zu essen. Warum ist es Menschlich, wenn ich gesagt habe, du hast meine Verlobte respektlos behandelt? Warte mal kurz. Ich habe dir gesagt, du hast meine Verlobte respektlos behandelt. Du bist gegangen. Wer bist du? John. John. Wer bist du? Der, der angeblich respektlos war. Doch, du warst respektlos. Guck dir doch meine Story an. Ich wollte dich gestern fragen, warum du Lügen erzählst. Siehst du, du rennst wieder weg. Du hast keine Argumente. Du gehst wieder. Es ist ein Fakt. Die machen wieder Weißen. Dann mach mir morgen wieder Würstchen und sei beleidigt, wenn ich keine annehme. Weil ich werde von dir keine Würstchen und keine Almose annehmen. Ich finde das gut von John. Wirklich. Ich finde das gut, was er sagt und auch Valentina. Weil ich empfinde das so, dass die beiden irgendwie recht haben. Oder? Also wo ist denn jetzt dein Problem, mit denen einfach nochmal kurz darüber zu reden? Das schafft er ja nicht. Oder muss er jetzt immer weggehen, weil er schon wieder auf 180 ist und gleich ausflippt? Sollange du dich nicht bei meiner Verlobten entschuldigt hast. Geh ruhig schlafen. Marlis geschlafen. Warum kann man da nicht darüber reden? Wom gehst du denn jetzt? Der geht, weil er Angst hat, jetzt hier gleich auszurasten. Immer abhauen. Verstehe ich nicht. Alex hat einfach keine Eier, Mann. Das reizt. Das nervt. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dieser Typ hat mich vor dem TV-Business angeschrieben auf Instagram, wollte dich treffen. Okay. Hab ich Abfuhr gegeben. Weißt du, was ich meine? Nö. Lappen. Der arme Maurice, der denkt so, ich stehe doch nur. aber interessant, oder? Yola als Lappen beleidigt. Also Lappen ist jetzt nicht so eine Beleidigung. Was? Als Lappen. Dich? Ja, von ihr muss ich mir anhören. Die kennt den auch nicht. Die kennt den auch nicht, sonst wäre die nicht so schockiert. Valentina. Ja, jetzt gerade. Echt? Mhm. Aber sag doch, warum? Du als Lappen? Nö. Die sagt nur, er sagt nur, ich werde dir als Lappen beleidigt. Die sind so gemein zu mir. Bra, ciao. So, du kannst nicht nochmal reden, oder? Kannst du nicht, ne? Pust die Zähne. Siehst du, du kannst nicht normal reden. Ich kann mal so respektloser einfach gehen. Reden kannst du jetzt nicht, oder? Ich hab mit dir nicht zu besprechen. Warum nicht? Warum brennst du denn immer weg? Weil es lächerlich ist. Was ist denn lächerlich? Ich geb dir keine Plattform, das kennt ihr schon. Ach, du gibst mir keine Plattform? Richtig. Ja, ach, Tim Toupet, das ist doch genau das. Kindergarten. Meine Fresse, Alter. Ey, das war's. Aber das fand ich auch schon geil, ne? Ich mein, was für Plattform, was für Reichweite, wenn ihr da kurz zwei Sätze wechselt und das Ding klärt. Stattdessen ist umgeklärt lassen und dass sie immer wieder ankommt, ist doch da viel mehr Plattform. Ihr müsst auch in die Köpfe reingucken. Ja, das war's mit Folge Nummer eins. Ich fand sie absolut geil. Bin ich ehrlich mit euch? Mein Trash-Herz hat das ein oder andere Mal doch höher geschlagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir hier weiter verkehren. Das weiß ich selbst noch gar nicht. Muss ich mal gucken, weil ich bin ehrlich mit euch. Also das mit Aizu und Princess Charming gerade ist bei mir schon eine Sieben-Tage-Woche. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie ich das noch hier einkriegen soll. Und jetzt? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht können wir auch mal ein paar Folgen zusammenfassen oder, oder, oder. Vielleicht wird es aber auch die letzte sein, auf die wir hier reagieren. Was? Will ihr mich fassen? Ey, wie fandet ihr's? Schreibt's mir in die Kommentare. Ihr Süßen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag für immer. Ach so. Komm, wir gucken noch kurz rein, wie es für Alltag geht. Nächste Woche. Du bist ein kleiner Mann, der ihr hinterherläuft. Fremdgänger bist du. Du bist ein Rotzlöffel. Du bist hier das Falscheste von allen, Alter. Sendezeit! Sendezeit! Das ist menschlich auf jeden Fall unterirdisch. Hallo! Bruder, schreib mir nicht an, was los ist hier? Du wirst sowieso verlieren gegen mich. Das ist mir einfach zu fies. Trampeltiere. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Hampeleien. Oh mein Gott. Vertraue von mir total, ja. Halt jetzt die Fris und hör auf, mich zu beleidigen. Entscheidungen. Das hier wird alles klären jetzt. Welcome to reality, baby. Da jetzt aber. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag für immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Peace. Küsse auf die Nuss.